was? Wurter schreibt, ne. Was? Dass der ankommt. Dass der ankommt. Hey doch, der kommt jetzt an. Ja, wir haben den Neger geschrieben. Guck mal, ich schieße da. Der wird so trotzig. Kommt davon, wir werden alles in der Schaltiger. Komm jetzt an. Moin, Zuschauer. Moin, was geht ab? Wer ist das? Moin, Nevi. Ey, guck mal, meine Punkte. Ich hab wieder 4.000. Let's go, Digga. Ja, Moin, er kommt nicht. Musik Musik Okay, nice. Musik Musik Guck mal, 5 habt ihr ja, Digga. Nee, wie? Moin, Bennett. Was geht? Der Herr sagt ja scheiße. Wer? Ey Digga, hast du ihn denn erkannt? Nee. Junge, ich hab Furkan gar nicht erkannt. Moin, alle drei Zuschauer. Was geht? Herzlich willkommen im Stream. Er ist eine beleidigste Läber, du bist, Alter. Warum? Doch, er kommt. Er zockt jetzt 5 Runden in der Arena mit uns. Obwohl ich eigentlich mit Bennett zocken würde. Machst du auch bis zum Shop? Jetzt, wo du kannst, Digga? Na, wir gehen. Hä, warum nicht? Mit jetzt schon bin ich nicht. Äh, 50er kriegen. Ja, na und Digga, ich zock zu Hause auch immer mit einem 50er. Boys, wenn ihr es noch nicht mitgemacht habt, dann like doch gerne diesen Stream. Furkan? Furkan? Der ist so Toxic. Hihihi. F. Big Mac hat den Namen, also... Instinkt. Ah ja, Instinkt. Du 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 du. Kannst du auch reden. Der ist zu Toxic dafür. Junge, ich shake's einfach nicht jung. Junge, wie vielucher nochmal? Auf jeden Fall zu wild. wenn er mit mir heißt auf ihn so im klaus unterstrich in unterstrich ist ich schreibe es noch mal rein in den chat wait a second alter so insta ich bin so ein schlaues kinder und hat einfach mein hdmi gerade gewechselt ohne dass ich es einfach wusste ich bin zeit der erleichter er ist nur inzwischen an das ist wenn das stimmt ihr fett entweder noch einmal so etwas bevor kann und du bist raus aus dem schiff jungen nur das war so vor kann der das noch einmal machst du ja ich schwöre ich krieg die aus dem plan weg du bist zwar ihrem bruder und so aber sehr gerne ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube rausgekriegt warum 600 geiler ping muss ich schon echt zugegeben alter und so ein ping habe ich nicht schluss ja ich auch ja ich komme ich bin unterwegs noch kurz hier noch kurz anbauen so ich bekomme jetzt einer wunderschönen abgestockt ok ok bei mir ein ein stück ich bin der erne allerdings hr spieler arena der gestimmt ich spiele die ganze ein dingster ich habe leise und so markiert weil ich dachte ich bin normal Deswegen bin ich auch so offensiv reingepusht gerade, Digga. Das ist ja toxic. Bei mir sind noch mehr hier im Haus. Wer weiß. Ja, aber erst mal ein Blut, Wolfgöl. Hier. Wo bist du? Hier. Kommt noch einer. Ich hab doch, ich hab doch, ich hab doch. Okay, komm, lass den hier pushen. Da, 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 da. Er ist, glaube ich, wieder neben. Ja, ja, der ist hier bei mir, Digga. Das ist deine Rolle. Jetzt ist er wieder unten. Jetzt ist er hier draußen. Der ist ins andere Mälen gegangen. Ich hab ihn so hoch genommen, Digga. Er hat einen 50er Headshot. Hä, wie bist du denn jetzt gestorben, Digga? Noch einen 49er Headshot, Digga. Kiel, ich hab dich fast gefragt, wie du gestorben bist. Einer dead bei mir. Bin direkt auf Finish. Ich komme, Kili. Äh, nee, bei mir ist noch einer. Ich kann nicht, Kili. Hey, er fliegt. Ah, nee. Komm, ich hol dich. Äh, hol dich. Maschinenpistole. Einer, Digga, finish. Erstmal. Warum ist der gequittet, Alter? Ehrenlos. Hiervorkommen wir nur noch raus. Nein, ich brauch die am besten selber, Digga. Ich brauch Hilfe. Chat, ich guck gleich auf euch. Poker, du wirst gepusht. Der hat Labor. Der, nice, 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 nice. Der war White, Digga. Let's go. Äh, so. Ähm, moinan alle Zuschauer, was geht, hat sich so kam im Chat. Äh, ja, im Chat und im Stream. Äh, hier irgendwann noch irgendwo Bandys, oder nicht? Ja, ich guck gleich, ich guck gleich. Moinan alle fünf Zuschauer, wild, dass ihr am Start seid. Herzlich willkommen im Stream. Wild, Alter. Ja, wenn ihr's noch nicht gemacht habt, Boys, dann liked auch gerne mein Stream. Ja, und schreibt auch gerne mal was in den Chat. Was ist denn so ein Rotz? Achso, das ist mit Sicherheit Kileon. So. Vier kills, sechs kills haben wir. Game gecrasht. Oh, das tut weh, Digga. Ich fühl mit dir. Gut, ich fühl mit dir. Klopp pur kann auch. Komm, wir werden mal wieder online, oder? Oh, willst du nicht? Oh. Ich hab einfach ne goldene Angel gezogen vor kann. Was sagst du dazu? Wie, ich? Was? Komm, oh, was? Wait, game curse. Achso. Hey, Junge, ich bin lost, Alter. Ich bin einfach nur lost. Ein goldener Angel. Hinter uns sind Schüsse, Vorkan. Hinter mir. Bei dir. Hey, was fehlt mir denn? Achso. Stimmt. Ich hab gesagt, ich habe eine goldene Angel. Nein, ich hab gesagt, eine goldene Scar, glaub ich, oder? Hab ich goldene Angel oder goldene Scar? Oh, das sind Maradöre, lass die fighten, komm. Dann haben wir davon gleich Softpacks und ein lindernes Jacke, was ich gerne gebrauche. Ich muss dir da, geh du mal wieder weg. Ich meine aber eine Goldniska. Hä, aber war das wirklich nicht irgendwer anders, warst wirklich du das? Fucker. Ja. Was ist wirklich du das mit Bloren? Hier gönn dir das, Medikin. Junge, wenn du das warst, einfach nur ehrenlose Aktion, also einfach. Ja, ja, einfach. Ach so, ja, okay, na dann, sorry, chat. Was ich gönne, Angel, die noch tage. Na dann. Kili, und was ist jetzt mit dir? Oh, Lootrop, lass da hin. Oh, wait. Vier, sechs Kids haben wir einfach. Bennet, na, nee, klar, nicht Game Crash, sondern Internet Crash. Oh, Ripp, Digga. Ja, aber komm, wieder online. Ja, aber was hast du mit deinem Headset, Alter? So, no front. Bei mir ist ein Biggie. Ähm, Game Crash, aber nicht irgendwie, okay. Also, hier liegt noch Stein für dich. 50 Stein. Und du brauchst. Also, von hier kamen die Maradörer. Fünf Zuschauer, moin an alle, herzlich willkommen im Stream. Was geht? Oh, Ripp, nimm du euch. Okay. Noch schlechter als mein Headset. Oh. Lass, äh. Oh, wir sind genau in der Mitte, Digga. Lass da hoch wieder. Hey, warum nimmst du die? Oh, wild, Alter. Danke, Rudi. Lass auf den, welcher ist höher? Lass auf den da gehen. Ah, nee. Hier haben wir mehr Garantie, dass hier die Zone ist. Also gehen wir auch hier hin. So, lass uns hier um eine richtig fette Base bauen. So, aber du brauchst halt noch so dann am Ende von jedem 500 Euro. Verstehst du? Also, baue am besten so. So. Ich baue jetzt alles mal langsam kurz, weil ich mit meinem Netz mal sparen will. So, dann habe ich hier ja jetzt noch Stein. So. So, dann kann ich jetzt hier mit Holz das, das, das. So, so. Nein, nicht so eine große fette, Furkan. Nicht so eine fette. Äh, Papi. Äh, ja, da muss ich aber nicht Furkan erst auf PS4 enden. Ich gehe hier in einer Pyra ran. Am besten gehe ich in der hier rein. So, let's go, Digga. Am besten mit dem Jagdkirchen voraus. Äh, ja, ja, ja. Wenn ich guck... Ja, nee. Guck WhatsApp. Du meinst so eine Instagram-Belden. Ich muss deine Nachricht dann einfach dir... Du meinst nicht WhatsApp, sondern... Oh, ja. Wait. Ich komm mit... Was geht, Bennet? Moin, boys, was geht? Moin, Meister. Junge Bennet, das ist so unnötig, was los? Willst du deine Tech haben? Pump Muni. Hier fliegt wer. Komm mal an, wenn wieder der Shop ist und da... Erstmal Story-Mont geht ja durch. Äh, pass auf, äh, wo sind die denn? Auf SW215 ist wer gedrobt und auf 134 ist wer, pass auf. Äh, soll ich mir was zu fressen nochmal nicht sagen? Ey, Volkan, schreib mal, äh, rein, äh, warte. Auf, äh... Ich sag von einem ist so ein Müll sein. Aber da hast du gesagt, das internetiert, der da. Pass auf, der drüben auf 137 im Gegner. Ich kann ja reden, der da weiß ich nicht schon mehr. Digga, warum? Hm, aber so. Wie viel Metall hast du? Äh, 350. Komm mal runter und drop immer 100, ungefähr. Boah, 10, nee, 10 ist zu wenig. Ein bisschen einfach nur. Ich hab nur 130 nämlich. Äh, ja, reicht mir. Wie viel hast du jetzt? 300. Ich hab 288, okay. Ich hab übrigens die goldene Skane, goldene Tag, ne Lieder, ne P90, Lieder eines Jagdgewirr und 6 Minis, ne? Danke für die goldene Tag. Du bist weg. Nein, Luke ist einfach Baba. Was los? Du bist wieder so leise. Immer noch leise. Pass auf, auf. Die. Die. 2525 sind drei Gegner. Jaja, genau. Und darüber haben sie mich eingeht. Wie war was los? Ich kann Spotify hören, obwohl ich mich nicht mehr in mein Konto verknüpft habe. Okay. Von hinten kommen welche, pass auf. Das kann man natürlich, hey? Ja, aber wir sind so ein Sandwich mehr. Pass auf, hier kommen welche. das sind zwei leute die haben wir auch eingetört die klauen uns nicht wie sind sie denn die vor und abgebot haben ich bin kürzer und gucken auf es ungefähr nehmen uns genau nehmen und sind welche auf die unsere besser ob es auf 233 34 34 ungefähr davon im busch kann ich das markieren so kann als ob du das warst ja ich finde es ein bisschen unnötig aber auch irgendwie lustig so der gast ich habe seine stimme erkannt ja auch nicht ich habe mal kurz runter er ist alles hier noch unser können ich habe denn noch einen jahren aber dann lassen wir uns anzetten aber ich glaube wir müssen noch zohle ungefähr haben komm bitte nein okay das sind zeit das zeit lassen ich werde noch nicht an ich glaube dass wir den Krieg ist dann noch die links schießen aber schon auf dem Fliege genommen Konrad war und hat er und dann schon hier weiter ich gehe hier oben in die Korn bleibt du da noch nicht verliert ich hab nur sollte gewechselt um nicht warten doch doch warten warten weil wir gleich da die kurze kommt jetzt wenn Benet hat nicht warten dann nicht warten wir gehen da hin wie das ist mit dahin er kann gehen wir wir haben noch einen dann direkt einbauen direkt neben mir am besten oh ich fahre mir kurz noch mit und dann das ist nicht mein alles hier in kurz kaputt machen so Bugs eingetöpelt und setz dich ruhig wieder in die Kaum rein so let's go alter 22 Leute leben einfach noch in der Endzone guck mal stream einfach dann siehst du es die kleine Zone schon ist ich meine eigentlich das hat mein Kampo der ist komplett ausgelacht alter macht early Rotation ich weiß ja 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 ich weiß ja ja ich weiß die habe ich schon gesehen ich guck mal hinter uns sieht nicht so aus okay ich hab noch ein bisschen mehr zu gleich für etwa dann habe ich schon gesehen den mut da hin und dann dann masha und auf es ist ungefähr die gucken die ganze schnauze okay bernert hat auch gesagt nein ist richtig richtiger move also das war ein guter move also ich hab hier richtig gute gemeldet bitte okay pass auf die Forms die gucken die pieken okay die Zone ist vor uns komm lass hinter wir gehen ah ne wir haben einen Seilrutscher wir gehen gleich mit der Seilbahn rein oder Bennett würdest du auch sagen mit der Seilbahn die Seilbahn könnte dir gelasert werden egal bei so einer kleinen Zone lebt noch äh jemand so äh 18 Leute komm komm selber jetzt schon in die Zone und dann auf die drauf bauen arena ist das normal fukern jetzt go komm zu mir easy alle Waffen von den Waffen nein fuck diga wir haben uns runter theoretisch geschossen aber egal 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 oh mein gott diga ich hab Gläser des Jahres bekommen nice nice top 8 nice hast du Heal außer Minis ok 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 egal komm wir gehen zur Seite raus komm her komm runter hast du ein paar Metz ich hab nur noch 100 Metall Metall und 900 und 500 Metall äh Holz also Holz ist noch gut aber Metall oder Stein am besten Drop am besten Stein da oben wäre halt jetzt vorbei gewesen oh my god oh shit pass auf die Puschen bau nach hinten raus bau nach hinten raus egal nimm meine Skow und alles komm mach das immer Turtle nutze immer in Turtle bleiben nimm meine lilanen Tag Tag ist besser im Infight äh goldne meine ich natürlich goldne goldne nice top 4 diga komm ihr habt high ich weiß nicht ich weiß nicht besser aber wir haben das high abgegeben wegen Zone äh geh am besten jetzt schon irgendwie move am besten jetzt schon denkst du gestorben? äh ja ich hab falsch geedit ich hatte versucht wen zu lasern oh mein gott ich hab noch hinten nein mach nicht so mach so mach Teppel kaputt so der Zone ich hoffe dass du nicht gelasert wirst da lachen Biggie nicht nicht warum? nein 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 du spielst dann hat der Zone diga fucky oh mein gott diga ich hab noch ein Block rein 100 Punkte gut gemacht nice nice Kili kommst du wieder rein aber diga die Kili aber dann können wir kein Quake Tüftzocken alter äh kein arena ich geh wahrscheinlich jetzt offline warum? ich bin lieber ok 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 dann schon nur bis morgen bis morgen das moment bis� did bis lang bis Vanessa las ich muss noch was zockst du denn ich muss jetzt wechseln und sicher das geht ja okay ich habe allgemein jetzt eine abfrage okay wollt ihr lieber gta fifa oder vorwärts sehen bei fifa fifa 20 bei gta gta erst story also erst mal offline und woher wollte weiter vorwärts sehen die band natürlich vorhanden hat okay okay ich habe halt das feeling irgendwie dass ich das fälsche content mache was normales was du gerade aufgezählt hast fifa also fifa 20 gta story oder fortwärts warte jetzt oder was ja nicht okay 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 bei uns dann werde ich heute noch nie allgemein ich habe einfach das feeling so dass ich irgendwie falsche content machen weil guck mal meine gta spielt mein bruder spielt gta und hat innerhalb von drei monaten 110 abos gemacht und ich mache jetzt fünf Monate YouTube und das war auch 90 fast m du bist ja sie nachdem wie die das fälsche konnten so habe ich das feeling aber wenn er eine vorgleichbar durch dann ziemlich auch weiter die Was zockst du denn? Äh, Lost, Lost Gang, was geht? Äh, was? Lost Gang, was geht? Lull, Digga? Wer ist nochmal dieser Alexei? Ist das nicht Nikita? Nikita war noch nie bei mir. Nikita oder Christian? Ey, Christian war Banane, einmal Banane. Achso, ja, okay, dann ist das Nikita. Moin Nikita, was geht? Herzlich willkommen im Studio. Äh, so bei mir, wenn du das fragen wolltest, bei mir geht eigentlich nicht so. Ja, komm, boys, dann zacken wir einfach Solo Arena. Ich hoffe, ihr seid darauf Hype, denn es sind nur noch 1900 Punkte bis... ...dass ich einfach Shape in Division bin. Boys, was ist da los? Die Season ist krank für mich. Und ich wurde heute in, ich wurde heute irgendwie hier in so einem Hype Night Cup, in Hype Night, wurde ich einfach heute, ähm, in der, warte, ich glaube sieben Prozent oder so. Warte, warte, ich kann ja mal kurz nachgucken. Dann kann ich aber kurz nicht auf den Chat achten. Äh, so, wait. Ich wurde, Banane, ich guck sofort. Äh, ich wurde obere sieben. Ähm, also, ich hatte 48 Punkte und wurde obere sieben Prozent. Also das ist einfach nur wild. Das ist wild. Ähm, so. Und vielleicht auch nicht weg. Jo. Ich mach noch ein bisschen GTA-Ausline-Stream, Gott. Nee, nee. Ich will ja Shop-Stream machen und, ähm, ich zock jetzt einfach Arena Solo. Ist doch wild, Alter. Ich hab noch eine Stunde vorher, wenn ich auch um eins bin, ich hab noch mal einen Stream. Sei doch viel besser. Nein. So, ich sag mal so, desto früher du streamst und desto länger, desto mehr Zuschauer kommen. Hm. Oh, Gott, sag doch früher, dass alle links... Nur ich sollte gleich mal Subnail und so reinmachen. Also, ob ich bitte ja auch einziehen kann. Mein Kreisradio ist auch nicht so. Ah, dann haben wir schon mehr. Ich hab' den. Ein Headset auch. Was denn? Ein Headset ist los. Deins? Schrott. Ist dein oder was? Also, man kann damit noch gehen, aber ich hab' ja... Ein, 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 ein normales, das hab' ich ja, wo du bei mir war, gegeben. Komm, jetzt go, Digga, let's go, erst auf Wekel. Ich wusste es einfach, egal, let's go, erst auf Wekel. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Nicht in den Unternehmer, Alter. Ich sag' mir so, warum landet man so dumm immer auf dem Main, Alter? Äh, warum landet man immer dort? Junge, ich hab' die ganze Zeit Stammbildchen. Ich sag' immer, warum landet man, wenn jemand, so wie ich gelandet bin, auf dieser Kiste, Digga? Solche Leute facken mich echt ab. Junge, es ist doch klar, dass du gelasert wirst, egal, was du hast für eine Waffe. Auch wenn er eine Pump hat, er kann einfach runterkommen, Boys. Jetzt mal Wekel. Boah, was ein geiles Auto. Eww. Ich weiß nicht, wenn ich aufstehen. Aber dann geht mir auch schon. Das ist schon. Ähm, morgen schaffen wir 5 Points, wenn einer mitspielt. Äh, jod, ich, Bennett, ich mein' damit, ähm, außerdem bis 200 streamen besser, oder nicht? weil du sagst es ja, dass du heute früh pennen gehst äh, morgen schaffen wir die 5000 ich konnte sagen, wie viele Punkte ich jetzt verliere tatsächlich, Digga so, ich hab irgendwie das Feeling, ich will irgendwie jetzt nur noch Punkte ich weiß auch nicht warum, Alter so from da sind auch jungen du bist doch Launch noch nicht ab, Alter Junge, ich hasse diese Leute wie er. Let's go alter, was ein Kevin Jostle, er rennt einfach die ganze Zeit weg. Was ein Kevin alter. Warte, schreibt alle mal Gigi in den Chat für die zwei Kills jetzt schon einmal zum Start direkt. Let's go. So. Übrigens, das ist eine neue Taktik, Boys. Man muss mit Luftpacks, also wenn einer lau ist oder so und die Luftpacks dabei hat, so diese Sprungdinger, einfach so vor der Count setzen, so vor der Box und ja, dann seid ihr eigentlich schon in der Box drin. So, vielleicht seid ihr dann weiter gesprungen und ja. So. 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 Moment. So. 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 der ist ein Camper ne wie oh my god Digga hochgenommen alle hochgenommen in den Chat alter wer es nicht macht ist ehrenlos alter ich hab ihn hochgenommen Sparschild ja alles gut alles gut ich hab das eh nicht verstanden also alter Junge hab ich ihn einfach hochgenommen oh nice Chili ähh gib ACC dann mach ich dir 6 körper nein nein oh wait warte mal wie viel Metz lang dann noch wie viel Metall 500 Stein 500 500 ich bin so ein Idiot Digga jetzt wo wer du warum ich steck meine Kopfhörer raus du schreist rum alter Digga was ich hab grad meine Kopfhörer rausgesteckt weil ich meine Hätze wechseln wollte ja und auf einmal freisest du voll rum Digga wild und intensiv übertrieben laut ne aber ich hab mich erschrocken alter also nur erschrocken jetzt da könnte ich mir sogar noch ein bisschen machen ja könnte ich mach ich auch dann auch Junge renn doch nicht wieder weg alter ja es kommt und ich hab die granatentyp hochgenommen digga moin leute zwei wechseln aber er wurde noch angeschossen muss sind irgendwo muss sie noch irgendwo irgendwo hier irgendwo ich sprich schon wieder nach ich hatte ich 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 zocke ich bin gerade irgendwie so nervös deswegen stotter ich die ganze Zeit her ich hab die ich hab gerade fünf da sind wir lass doch nachher Trio spielen ich hab die direkt zwei zuschauer äh was du streamst ja äh lass ja kannst du aber dann älter mich älter mich älter mich dann bitte lass gerne ein like zuschauer und schreib was in den chat später nee Spaß ich bin es nicht da so an die die der du das weiß ich tatsächlich sogar ich mache mir jetzt lächerlich nur noch mit meinem Fahrkünsten Digga ich weiß aber letztens du deinem Digga ich weiß noch dieser Stand da letztens Runde den Dorf der der war mit dem Ziel der war will das Ding ist ich habe einen ganzen Weg der Aufländerkonten und so weiter mein Mut als er kommt es gar mit der Schöpfung mit dieser Granatenwerfer sechs Minis fünf Southpaks einfach nur wild alter 5 Kills 2 Jumps Das ist irgendwie meine Runde Ich fühl's Aber das Ding ist Mit wem sollen wir Trio zocken? Äh, Nevi So, das ist halt das Ding dabei Nevi Ja, Lost Army Let's get lost army Zum Glück keine Zuschauer mehr Kann mich niemand mehr auslassen Lachen wegen meinen Fahrkünsten, Decker Easy Ich hab kein Sammel Ich auch nicht Soll ich dir gleich eins kurz machen? Ich hab' den Kannst du machen? Soll ich dir eins machen? Mein, mein, mein Zuschauer Digga, da kennt einer drin Aber ich will da auch nicht rein, alter Ich sehe so aus, als wenn ich hier zu kommt bin und da reingehe Äh, lege ich mir nochmal den letzten Mal Ich will wollen wir den Kap zocken Äh, wann ist der, ja der Kap Also wir können von mir aus, wir können durch den Kap zocken Und der Kap ist übermorgen Tatsächlich Äh Ähm Ich gucke Gleich mal, um wieviel Uhr er startet Und dann kannst du ja gucken, ob du dann Zeit hast Also Nimm's nicht böse, wenn ich dann keine Zeit habe Oder wenn ich so seit bin jetzt so Ja, ich kann So, ich bin halt bei meinem Vater So, wir machen halt einfach random Sachen Wir nehmen jetzt nicht so vor Ja, morgen gehen wir da hin und dahin Also das ist halt wirklich random, so wie heute So, ich wollte eigentlich mit den Boys heute den Trio Kap zocken Aber Ja Ging nicht, weil ich mit meinem kleinen Bruder unterwegs war Und mein Vater und so halt, verstehst du? Ja Zu. Schreit gern was ein Und dann Ich, schick mir ein Foto Ich mach dir daraus gleich was, ne? Äh Am besten von Story Modus aus, spielt sie gerade online Oh, Junge, ich hab ihm schon wieder zum Schluss einen Headshot gegeben, SSF-Löcherlich, mein AIM gerade. Oh, ein dritter kommt dazu, Beuys. Jetzt wird's spannend. Och, hier oben! Ich hab ihn schon wieder in Headshot gegeben. Ich bin halt dran, dass die Parade gar nicht ist. Was ist passiert? Ich hab schon wieder einen. Oh, ich hab einfach grade in Arena sechs Kills. Und du kennst meine Liga, ne? Mmh. Safe kommt gleich Dingser, äh. Los Armin sagt, du kennst auch meine Lovey, ne? Ich hab dich nicht einzuziehen wollen. Nein, mein Papa hat nicht geschossen. Let's go Sinkels. Juch, Digga, was ist grade mit mir los? Juch, Digga, was ist grade mit mir los? Hab ich dir geschickt? Wie viele Flossen sind das? 4. Wann mach ich das so? Oha, Digga. Oha, Digga. 7 Kills. Ey, guck dir mal meine Arena, bitte kurz an. Oha. Was los? Nein. Oh, warte. Ich muss mal gucken, warte. Warte. Also jetzt so im Feld. Das wird schnell mal ins Leben gehen. Gleich. Steht bei dir oben rechts auch, das ist das Mikro, also so durchgestrichen. Bro, ich... Dingser. Gleich. Hallo, hallo, hallo. Du weißt, ich... Ja, ich höre dich, Junge. Ich weiß nicht, ich warte. Ja, moin, man hört uns nicht im Stream. Wait. Ja, moin. Du weißt, du musst mal... Nimm, du weißt nicht. Nimm, du weißt nicht. Nimm, du weißt nicht. Ah, fuck, Digga. Beend den Stream und starte einfach nochmal neu. So, jetzt müsste man nicht schauen. Ich hab, keine Ahnung, Digga. Ich bin auch gerade in einer verdammt geilen Arena-Runde. Ich hab, einfach... 300 Punkte in einer Runde, jetzt keine fast Gold, ne? Fail, und ich rede die ganzen Zeit. Ah, Digga. warum schaffe ich das jetzt nicht mehr okay lasst alle gern ein Like da man sieht jetzt meine guten Fahrkunstern gleich 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 lass ich gleich dann wird der beste Fahrer so da müssen noch eigentlich einer rauskommen ne nicht schon wieder die müssen ja okay von Dreh zu schauen ist keiner mehr da außer einer 4 Likes alter Leute ihr seid brutal momentan meine Stream ich schwöre bei euch meine Streams machen wir momentan so viel Spaß ich streame jeden Abend für so ein Stream alter es macht einfach Spaß so für andere vielleicht für euch so wie zum Beispiel von Nevi ihr habt öfter mehr Likes oder so aber mir reichen die Likes schon einfach ihr seid wild ihr seid wild schreibt mal alle high in den Chat wer noch am Start ist Boys Moin und bist du noch dran ne ich hab zwei Jungs Ganaten habe ich auch noch genug zu begreifen zugeschaut ich bin einfach ich bin einfach die Hinsen in der Wand gesprungen Liga ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin 2 3 3 oh mein Gott bei mir ist Zonne Boys ich gehe in die Tasche ich bin ich bin es rein ich bin extrem ein ich bin Fünf Gegner Boys Was ist das da? Number two Top fünf Boys. Was ist das Wons? Ey ich hab jetzt noch nen Grabber dazu ne deswegen habe ich mich mir halt den heil gegönnt ich kann jetzt hier anfangen zu lesern jetzt so ein kiel wieder habe ihn runtergeschossen Was ist das? oh mein gott guck dir meine rappe an, alter ich bin nicht in einem swing du bist übertrieben ich bin dauernd mega frei oh mein bruder ist wieder weg ja nicht mal geliked das ist ehrenhaft ich bin dauernd 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 ja ich bin dauernd Gott, ich hätte ihn rauspusten sollen, Digga. Einfach rauspusten. Okay, Boys. Schreibt alle ein GG mal in den Chat dafür, dass ich Zweiter wurde mit neun Kills einfach, Boys. Wir haben einfach gerade 300 Punkte in einer Runde gewartet. Was ist da los? Okay, Boys. Ich clip die Runde und ab auf YouTube morgen. Morgen seht ihr dazu das Video. Ich schneide das gleich noch. Joa. Bändisch zu streamen. Hä? Bändisch zu streamen oder was? Was denn? Nein, Digga. Ich mach die ganze Nacht durch und dann gucken. Irgendwann mach ich dann Bändisch in den Streamen und schneid dann das Video. Neun Kills und Zweiter, Alter. Ich hätte ihn einfach rauspusten sollen. Ich Idiot. Ich hab daran so spät mit einem Granatenwerfer den rauszubusten. Ich komm gleich mal wieder, Chat. Ich hab ver. Ich hab das. Ich hab das. Ich hab das. Ich hab das. Vielen Dank. Die wollten beide einen Klan, ne? Niklas? Die wollten beide einen Klan, oder? Bennett und Lost Army, ne? Die wollen beide einen Klan. Die sind beide einen Klan für mich. Nur du hast beide spielen sehen, oder? Lost Army noch nicht. Glaube ich. Äh, Punkt A, ich kann nicht mit Blacks Arena zocken, weil, äh, er kommt nicht in der Lobby. Und Punkt B, äh, ich zog jetzt ein bisschen Solo, gucken, vielleicht hole ich jetzt selber noch die 6K. Was hast du denn gesagt? Alles gut. Du hast jetzt kurz das Hoppen, ne? Hm. Einfach Maschallah. Ich bin jetzt soweit wie du in 50 Wochen. Äh, Kilie, kannst du dir ja anders Bilder aussuchen? Warum? Weil ich sonst das live auf seinen Kopf machen würde. Obwohl ich mach einfach Scheiße. Du klingst ja da eins. Ich hab schlechtes Internet hier hinten bei mir. Achso, ja, okay, na dann, ja, okay. Da kann ich mal aufhandschen labern. Juch, neun Kills, Alter. Äh, wie lange wird der Clip gehen? Nicht, dass er wieder eine Stunde geht. Okay, 53 Minuten. Das ist nice. Äh, Bilder, Bilder. Ich hab das so gestoppt im Modus eingegeben, Alter. Hm. Stary Modus. Ah, wahrscheinlich, wenn du bis 1. Hä? Wenn du bis 1. Wenn du bis 1. Hä? Und dann kommst du fort, nein. Ich glaub schon. Wait, willst du das Bild haben? Das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Und dann... Mach einfach unbeins. Und dann siehst du ja, ähm, Was? Dann schreibst du einen Text, Story Modus, aber ne? Einen Titel. das heißt Modus und nicht Mord nur mal kurz vor dem Anmerken weiß ich, wollte ich gleich ändern hier ist die App, let's go ums, ne, wieder dran so ne, soll nicht, so so, reicht das? ne, unten die Oma kann noch mal ein bisschen weg so, jetzt, live ich liebe es einfach, es hat eine Nähe zu machen, egal für wen bei mir ist das ich hab mir jetzt einer der letzten sachen auf youtube die man also die man für youtube zu schlau hier reinzufangen äh ja das passt ich will die Puppe ein bisschen kleiner machen wait das ist zu klein so das muss jetzt passen äh das schief zu kleiner wieder geh doch kleiner so das passt schon einmal äh m der hat sich überhaupt übrigen schon eingespeichert ne mein Handy nice links abnimmt also dein YouTube-Kanal hat er immer schon eingespeichert jetzt ähm effekt so so Wait a second, so, das sieht was besser aus, so, der Punkt muss wieder kleiner, so, jetzt, so, und dann hier, ähm, Wie wird Storymodus geschrieben? Keine Ahnung. Äh, Gute Nacht, Taurus geht, äh, Gute Nacht, äh, und, ähm, Schenkmalbeettelpass. Äh, ich kann nicht, ich würde wirklich, ich würde tatsächlich wirklich, aber, äh, durchs, äh, Storingmodus. 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 Gute mal bei dem Bild, was ich mir geschickt habe, da steht. Alles gut, ich habe. Jungen, mein Bruder, ne? Er lacht sich schon in deinem Hintergrund so hässlich kaputt, alter. Wer? Frederic. Warum? Jungen, weil er GTA-Ruleplay spielt und er lacht sich da so kaputt immer. Stühmt er? Äh, nein. Uschloch. Hä? Ich finde das nicht mehr, was ich dir gerade machen wollte. Ah ja, okay, dann mach ich das da lieber, so diese Farbe. Das andere da. So. Ey, wo ist jetzt das Story-Modus? Anzeige ist raus, alter. Das Story-Modus ist selber verstanden. Story-Modus. Ja, manche haben einfach schon 12 Abos. Hm. Ah, ich sag mal so, unser ganzer Clan gefühlt. Ja. Das Ding ist, mein Hintergrund ist zu behindert dafür, alter. Oh, da, das sieht wild aus. Ne, das war das nicht. Das hier. Oh, ja, oh, Digga, aber welches? Das, ne, das. Oh, ja, oh, das sieht... Warum nimmt er das denn nicht? Ah, ich muss das oben rechts aufmachen. Ah, ah, ah. Das nimmt man, das nimmt man. Das sind gut aus. So, aber das ändere ich dann tatsächlich. Sieht dafür viel zu behindert aus. Dann hier Story-Modus. Mann, ich hab's doch noch einen Scheiß. Das machen wir ein bisschen größer. Ich glaub, das wird einer der geilsten Story-Modus. Eier. 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 Hier gönn dir, Digga. Ich hab dir geschickt. Guckst dir erst an, ob ich daran irgendwas verbessern soll. Eier. Junge, ich hab den Hintergrund und alles selber gemacht, ne? Also... Ich hab alles selber gemacht, außer das Bild. Nein! Ich hasse diese Mission. So, boys. Ich hab so einen Müllwaden. Weisg-That... Eier. Erdos Guckst du dir das an? Ja, ich warte. Oh, das ist süß. Also ich finde das wirklich tatsächlich zu wild, das Alter. Und du? Ah, geht. Ja, geht. Junge, das ist zu wild. Alter. Ich bin irgendwie neidisch. Ich bin neidisch auf meine eigene Subnails. Okay Boys, seid ihr bereit, um noch so eine 9er-Bomb zu sehen und 2. oder 1. diesmal? So, ich mache mir jetzt auch noch ein paar Subnails, Digga. Ein paar müssen noch sein. Fortmiete. Ich habe Fortmiete geschrieben, statt Fortmiete. Und dazu weiß ich schon, was ich da schreibe. Letzte. Go. Schon direkt machen. Leute, mein Subnail kommt so circa um... 1 Uhr mache ich das rein, dann alles. Dann kommen auch die meisten rein. Wieder wegen Shop. Ja. 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 So. Ja. Boi. Wiska, Digga. 1.700 Punkte. Fehlen mir einfach. Mach irg sonra. Okay, was ist okay? Fragezeichen. Schenkt mal bitte was, mach Ehre mit Battle Pass. Äh, ich kann Battle Pass den schenken, Bro, Digger. Ich habe auf meinem 2FR-Account, äh, keine Viva. Und auf dem Account habe ich keine 2FR. So, das kommt vielleicht in ca. einem Monat, habe ich dann darauf zu erfahren, weil wenn es nicht klappt, ich fahre jetzt in 2 Wochen wieder zu meiner Mutter, ja in 2 Wochen ungefähr, und, ähm, ja, und wenn es da dann, ähm, nicht klappt, dann schreibe ich Epic Games an, und, ja, dann sollten die auch wieder aus dem Urlaub da sein, oder, Kini? Kini? Er liebt einfach Partie. Ehrelosigkeit, Kritiker, z.B. selber. Irgendwie voll das schlechte Gefühl. So zu merken, okay, er geht einfach, er will mich nicht mehr als besten Freund haben. Oh, so. Wait, ähm, ich lade ihn mal an. Zu dieser Partie. Du 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 du. Okay, er zuckt tatsächlich immer noch GTR-Boys. Und natürlich Götz. Und Götz. 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 Wahnsinn, Hase. Oh, so. Oh. Komm, mach schon, Digga, komm. So, number, fuck my life, Digga. Stim hat es wieder beendet, den sind mit abgeschnitten. Oh, Digga, ich hab wieder ein 127er mit dieser Pump zu sehen, Digga. Es ist so real, Leute. Was mach ich mit der Gegner mit dieser Pump einfach, Alter. Es ist nur lächerlich, Digga. Sorry, Bro. Ich glaub, ich soll die Pump einfach studieren. Weil ich sie mich schon studiert habe. Was ist das los? Junge, Alter. Chat, was sagt sie zu diesem Killer, Alter? Ich hab das nicht drüber, das hat doch immer noch. Alter, ich nehme damit jeden Gegner, Hopps. Letzte Runde auch schon, Alter. Neun Kills nur wegen dieser Pump, Alter. Oh, was ist das? Lino nicht? Okay, Lino, okay. Weil wenn's Jagdgewehr gewesen wäre, bei euch hätt ich es, glaub ich, nicht mitgenommen. So, weil Jagdgewehr macht mich so Bock irgendwie. Montan. Oh, mach dir immer unter ein Jagdgewehr, da spielen Bock. Ich fühl Jagdgewehr irgendwie nicht mehr. Oder Kili, fühlst du mal unter ein Jagdgewehr? Ja. Ich fühl mal unter ein Lieber Reptilienknepper. Ich fühl mal unter ein Lieber Reptilienknepper. Du? Das auch Leade. Oh, Digga, mein Loot ist wie der wild, außer meine Pump, die hätte auch ruhig und blau sein können. Äh, so. Äh, frag mal, Kili auf der Bock hat, den den ins schwarze schenken will, er sagt. Kili, hast gehört? Ich hab ihn nicht als Freund, also. Äh, nein, du hast nicht, äh, Bennet als Freund. Ach, ja doch, aber er, äh, auf die Zelle kommt erst heute. Äh, ach so. Okay. Bennet, also, wie gesagt… Ohohoh,ας geht noch… Sorry었다, Bennet, wie gesagt, also, von mir kriegst du noch, äh, von mir kriegst du noch den Golfschläger definitiv, ähm, ja, und sonst gucken wir mal, Wo ist der Hinweger? Getrüger Erbgauern Wer? Ein Gegner Ey, ich krieg ne zweite Lila Natsache Das hab ich direkt in der ersten Was hast du gesagt? Alles gut Hast du vertreten? Meines Ding hat sich beendet immer noch Warum hat er sich beendet? Wenn man im Internet ist, ist es auch der Welt gegangen Und so werden wir starten neu Immer neu starten Irgendwann merkt das Internet Der will mich habschämen, ich lasse es einfach sagen Nö Habe ich eigentlich Klan-Beser so rein? Äh ja, Klan-Beser-Wunger-Plus-Public Es hätte eigentlich besser gepasst, Klan-Beser-Wunger-Plus-Arena Boah, ich glaub ich zock jetzt im ganzen Abend Arena durch, Digga Und dann ist das Und dann ist das Und dann kommt Aura oder so Weil der sich ja immer so auszieht der Aquaman Der ist ja bei seiner Oma Und äh ja Daran liegt's halt Der ist nicht bei sich zu Hause Und bei sich zu Hause Hat er die ganze Zeit einen Müll abhängen wahrscheinlich So ein Ding ist das bei ihm Digga Also er ist der beste Netzster Welt Obwohl wir grad mal Äh Nichtmals Äh Doch Okay, 6 Kilometer entfernt wohnen wir Und Er ist halt einfach nur berg Er ist einfach nur berg hoch Hä? Bei mir ist da ein Gegner mit Grappler, Digga Oh, dieses AIM Digga Los Hm, da verpiss ich dich, Digga No France Also so hat er geschrieben Er bleibt stehen Und ich Ich snipe ihn nicht Digga Schon traurig dieses Verhalten Schon traurig dieses Verhalten Schon traurig dieses Verhalten Ey, jetzt bin der gar nicht der Grappler Typ Digga Aber Boys, ihr habt gesehen, er war lost, Alter Den schnappen wir uns gleich irgendwann während des Game Den schnappen wir uns gleich Egal Mhm Alter, leben noch viele Also was heißt viele Ich 30 Leute noch und Oh, Digga Diese Zone Aua, Digga Ich fühl gerade mit mir selber Oh, ne Und ich fühl auch mit ihm Oh, fast Digga Ich hab dich sniped denen im Lauf Ich bin nicht glaub ich bei der Mischung wo du Let's go, das hat der Typ Digga Jetzt hol ich ab, ich leser dich Ich leser dich Digga Er ist 10 AP und haut wieder ab Äh, wieso gibt es keinen Arena durch Weil Effig Scheiß ist Digga Ja, und jetzt pushen mich wieder welche, Alter Ähm, dann holen alle rum, dass, äh, Arena Trio wieder reinkommen sollen Ja, ist ja auch gut so Ist ja auch in der Türke oder nicht Ja, ist ja auch gut so Ich zog lieber auch mal runter Was machst du? Ich hab gesagt ich geh auch mal lieber runter Digga Okay, ich glaub das ist einfach nur die Pump die so gut ist Digga, bei mir sind einfach drei Leute Ah, ja, mein Kind Digga Anders, man, anders kannte man eh nie Kann ich hier irgendwie rein Oh Digga, geh doch verkaufen, Alter Hallo Hallo Kann ich hier irgendwie rein Er wurde mir abgestaubt Digga, du Ehrenloser Ich hoffe du verreckst Und Corona Digga Sorry, ich hab grad nicht gehört, aber Man hat ihn ja einfach abgestaubt und ich sterbe danach Digga Aber ich hab immer 69 Punkte gemacht Äh, oh wait, wie viele Kiste hab ich 20 Ja, 40 Punkte hab ich gut gemacht, boys Jetzt komm Kröster Müll, Alter Hab ihm so loben Ja, bei der Mission, wo du, die du bei mir gemacht hast Du, ich hab keine Ahnung, ich hab auch danach weiter nicht mal gezockter Bitte Oh sei klar Oh, Alter Uh, ne, ne, wie, kein Bock, ich hab dir nicht Zockerinnen ich würde mich jetzt auf schenken sorry und der sie gerne ich gerne das gemacht hätte ja einfach diesen skin aussehen als geschenk und dann ist da wenn ich den er für ihren skin alter und meine nase tut voll weh alter mein bruder hat mir da vorhin auf die spürplätze drauf geschlagen außerdem tut die mir voll weh alter egal ob ich atme oder nicht wenn man oben drauf drauf packt das fühlt sich voll so ach ja die sicht ist so müll aua digger wird einfach nur artige auf der nase das tut so weh ich habe dazu schon was ich versuche es wenn ich bei meiner mutter bin noch mal ansonsten er bin ich einfach auf mein zweiter kommt und wenn ich dann dort irgendwie 500 oder so habe kriegst du eh dann goldschläger also er dann einfach mein zweiter kommt ich schreibe in dir hier einmal rein in den chat ich bin voll daran dann hier noch hier wieder games ich bin voll Ja, aber ich aktiviere meine, wenn ich das mache, dann steht da, dass meine Anmeldedaten ungültig sind. Das ist so ein Ding, das heißt. Und deswegen ändert ich dann erst password und so und ja. Oh mein Gott, Reflexe, Alter. Ich bin tot. Egal, 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 egal. Ich komme gleich mal wieder bei uns. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann machen wir das Sub-Name mal kurz weiter gleich. Welchen Skin habe ich eigentlich gerade? Levin Honda? Nein, 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 ich fühle die Behinderstik, komm wieder runter. Also nicht direkt einen Sternkrieg. Boah, was wollte ich denn machen? Genau, das Subnail, Alter. Alter, ich hab hier 10 Seiten einfach auf, Digga, ja, Moin. So. Und das hab ich hier gemacht, okay. Da bin ich stehen, wie im Chat. Ich gucke gleich, ich kann grad nicht. Ich bin am Subnail über ein Handy machen. Ja. Aber ich gucke gleich versprochen. Das dauert nicht mehr lange. In 6 Sekunden gucke ich tatsächlich da mal drauf. So. So. Chat. So. Janik, bist du im Stream? Nee, anscheinend ist halt nicht im Stream, weil du bist der einzigste Zuschauer im Momentan. Äh, NoFront. Also, das ist so. Alter, Bennett ist so ein Ehrenmann, Digga. Er guckt 24, sie sehen meine Streamen einfach. Ah ja. Und war noch nicht einmal bei mir Ehrenmann. Aber bist du grad in meinem Stream? Nicht mehr. Ja, also. Ho, ho. Aber ich geh auch nicht auf. Nein. Ach. Junge, sonst hab ich keinen mehr zum Labern und so, Digga. Doch, dann, Chat. Nein, Junge. Komm, dann zockt wenigstens. Wenn es ist ja da. Dann zockt wenigstens Fortnite, oder so, Junge? Wenn du aufgehst, dann warte ich mal streamen. Ja, weil das macht dann gar keinen Sinn mehr. Hä, warum? Vielleicht noch eine Überraschung für dich habe? Ah ja. Ja? Und die Vera? Das siehst du erst dann. Siehst du, um 1.45 Uhr. Ah ja. Mhm. Deswegen streamen du mal lieber. Nee, kann bock, dass mein Internet nochmal abstirbt. Doch, doch, streamen du mal, Rausch. Alles gut. Es ist alles gut. Ah ja. Möchtest du nicht streamen? Gar nicht. Aber du möchtest doch Geld streamen, oder? Ich weiß es nicht. Warum? Warum nicht, Digga? Streamen macht doch Spaß, oder nicht? Wenn du jetzt denkst, ich habe ihn organisiert, der dich waited, hofft mich, okay? Ai. Nee, aber streamen macht Spaß, und dann hast du gleich eine fette Überraschung. Ich sag dir so, du wirst dich darüber verdammt freuen. Wahrscheinlich gar nichts. Ah ja, Digga, warum würde ich das denn sagen? Das Ding ist, Bois, so Kieler hat letztens, also vor zwei Tagen, so großkotzig gesagt, ja, ich kann die ganze Nacht jetzt durchmachen und so, ich bin bei meiner Mutter und so, und jetzt, Digga? Ich bin nicht bei meiner Mutter, ich bin bei meiner Oma. 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 Ist doch alles das Gleiche. Ja, kann ich ja auch. Ja, warum machst du das nicht, Digga? Habe ich die Lösung dazu, was ist? Junge, ich fühle so Bock haben, also ich habe jetzt auch Bock dazu, Digga. Oh, Fug, nee. Gucken vielleicht mal ich Nacht durch, Boys. Aber dann möchte ich mindestens 10 Likes sehen. Ich bin bis 2.10 Uhr, dann mache ich den, äh, die Nacht durch. Okay, ich habe das Lämmert, mein Vater, dass der da nicht mehr reinkommt. Ja, ab 2 Uhr. Dann machen wir wilden Stream. Mit 12 Stunden Stream. Aber Kili muss... Ich suche, er sei nach 20 Meter gesprungen, also. Aber Kili muss am Start sein, Boys. Mindestens bis 2 Uhr. Ansonsten wird's nichts. Mir hast du nur übergefahren. Junge, ich bin genau mittig in der Zone beim Misty, Digga. Ich denke mir nur so gerade... What the fuck, Digga? Alter, Boys, guckt euch mal die Zone an. Die ist ja mal anders Lack. Ich bin genau in der Mitte. Heißt, die nächste Zone ist auch noch bei mir. Ich habe ihn sogar getroffen. Oh Gott, eine Kiste. Okay, let's go. Oh, geht noch. Oh, na moin, Alter, ich bin down. Das ist einfach schräg gesprungen, Digga. Äh, oh mein. Oh mein, nein, Alter. Es ist nicht wahr. Kili? Ich will ja nicht sagen, ne? Aber ich habe 8 Likes. Ah ja. Äh, okay. Leute, ich merke es langsam, ihr wollt es doch. Ähm, ja. Geh, lasst mich an der Stelle. Und ich wollte eigentlich heute schön ins Bett gehen. Aber dann kann ich mit meinen 3 Accounts disliken. Ich komme gleich wieder. Obwohl, ne, nach der Runde. Auf, ne. Junge, Alter. Oh, da hatte ich auch keinen Bock mehr. Ja, da komme ich einfach vor. Einfiger. Komm mal ein bisschen durch. Da ist noch alles bei denen zu streamen. Äh, ich habe gerade... Ich habe gerade... Oh, Junge, ich habe mir mein Bein am Tisch eingehauen. Aber wie? Ah, fang mit meinen Knochen. Oh, fuck, Digga. Oh, alles aufgeratscht. Oh, fuck, Alter. Alter, mal rippeln den Chat. Oh, Junge, Alter. Autsch. Warum bin ich so dumm? Junge, ich verliere einfach gerade 80 Punkte insgesamt in 2 Runden. Ja, Mann. Oh, Juch, Alter. What the fuck? Oh, meine Hautrug. Meine Knochen. Oh, bist du noch GTA da, ne? Was? Warum bist du noch GTA da drin? Oh, nicht. Weil ich jetzt streamen wieder. Na ja, versuch. Dann mach Handy-Wählen los. Nachdem du Subnail reingemacht hast. Würde ich dir raten. Oh, Digga. Mein Bein, Alter. Oh, Moin. Ich krieg einfach 2 Tags. Das sagt mir einfach schon wieder, dass ich in der Runde Tag spielen soll. Das sagt mir einfach schon wieder so ein Beignis mitnehmen, wenn ich auf einmal 3 Begis habe. Moin, nein, meinst du, Sommer? Moin. Nee, Spaß. Ich bin's nicht. Ich glaub, ich geh nächste Runde mal auf Kills, Alter. So wie vorhin neun Kürz, Digga. Ah, Moin, das geht. Wer ist das? Jana. Ach so. Alter, Kini, mein Bein, ne? Warum muss mir das aber passieren? Der alte Maul. Bennet, du hast nur geile Skins. Alles Skins für 800 sind einfach krass. Jeet. Nein, nein. Ich find auch die 800er viel geiler als die für 1000er, Digga. Also für 1200er, so die. Nein. Was denn? Äh, Moin, Bennet, was geht? Nein. Okay, doch kann ich noch fett in Easy. Was denn? Ich bin so laut. Warum? Guck mein Stream, ich bin, ich bin zu weit geflogen. Digga, ich bin selber gerade am Stream und dann auch den Runde, also ohne die Erinnerung würde ich gucken, aber kritisch. Okay, ich kann mich doch retten, Easy. Easy. Oha, Digga, ich bin einfach zu weit geflogen. Ups. Ja, Moin, Digga, bei mir ist ein Lila nach Hai. Goldene Kiste. Du bist gar. Lila muss ja aufgewertet. Oh, Digga. Oh, ich bin jetzt ein Gegner. Ab, weg mit den Vieh, Digga. Drehung, Brudi. Hau ab, renne um dein Leben, renne um dein Leben. Einen Zuschauer, ne? Ich auch. Äh, ich bin schon im Stream, ich glaube nicht, dass der im Stream ist. Äh, irgendwo bei mir ist ein Gegner, ich hab Angst. Weg mit dir. Fahr mit dem Boot. Fahr, fahr. Der sah schon so schwitzerig aus. Er hat seine Spitzerkümmerei, du Trost gemacht. Ah, ich hab Angst, Digga, verkämt dich hier im Haus, Budi. Oh, willst du topfer sein und fighten? Wenn er kommt. Dann lass fighten. Okay. Gib mir die Bestätigung um, lass dich dunkeln, Kili. Äh, da brauchst du keine Bestätigung für. Bennet, komm wieder zu mir. Das ist nun Horst, den du dazu guckst. Und du wolltest Fortnite sehen, also. Und das kann ich gleich auch GTA Story-Dings sagen. Also, yalla. Ein Spaß, bleib ruhig bei Kili, ich gönne. Ja, ich hab mir Zuschauer gehalten. Junge, sagt der, der meinen Zuschauer gegeiert hat, alter. Hä, was warst du? Ja, ja, du hättest, du hättest nicht ohne, und bin da. Okay, nice, Bennett, Digga. Irre, Mann. Und bleib jetzt auch bei mir, sonst stream ich gleich FIFA. Nein, geht zu Kili. Los. Hau ab. Er hat's momentan mehr verdient. Er braucht Abos. Ja, bester Fahrer. Ja, verprüsst dich doch du. Kili braucht Abos. Also, hinter. Genau, weg mit dir. Achtiger Scheißen. Alle von mir, die hat gesagt, wenn es war, es war mir vor, wir haben ja hier. Kili hat gesagt, wenn was so ist. Was für Abogayern, alter, ich hab ja auch das gegeben. Dunia. Ja. Wie denn, ich habe jemanden gefragt, ob ich zufrieden kann. Wow, Dekker, 14 Abos gekriegt. Nein, das waren drei Abos. das ist ganz am Morgen das haben drei Abos ich meine, aber auch nicht dich du mich hat vorhin wer gewählt äh, gestern Abend so um 2 Uhr oder so war das und alle, äh, alle die mich abonniert haben, haben einfach wieder telefoniert ah, der sehr süß war einfach nur Ehre, Digga einfach nur Ehre, Digga immer noch war ich auch immer so als wenn bin ich dann hier vorbei also als wenn Lazy anlutete ist Benet bei dir? ja, Benet ist bei mir ok kein keine Abogeier ja ey, boah, das wisst ihr schon Kimi ist ein Abogeier ey, geil hat alle meine Zuschauer immer, immer von von dir von dir von dir ok, ich will mein Funt von dir haben ja, ne ja, ne jetzt musst du ruhig äh übrigens der, der mich gestern äh, der, der mich gestern gewählt hat heute Morgen die, die wieder de-abonniert haben, der ist gerade der Mannschaft zu Ende äh, Sandro, äh, ich weiß es noch nicht äh, ob ich irgendwo heute hingehe übrigens Sandro seine Zuschauer sind irgendwie ehrenlos die haben direkt wieder de-abonniert so ich hatte 36 Abon und hab jetzt nur 83 richtig gemein da die Community das ist aber ein Back ja, sorry ja, alles gut also wäre halt schön so hätten die abonniert und so aber nicht jede Community so noch Front aber nicht jede Community Juni ist ja auch kurz bitte Kidi später gar nicht ok, der ist unten rein ok wundern alle drei, was geht was weg nach einzeln wenn man geht die Arsch wie kann man dann nicht weggestellt werden nein weil die sagen ja auch schon wir kommen so in dem Game oh, ey, in the minutes mein Kanzel nicht lecker unterhalten Musik ist da Junge, du bist 10 AP, hol' nicht ab, alter hey, Pudi und der haut wieder ab da war's weg da war's weg jetzt geht's wieder hin ha das ist kann zu machen wenn du... äh, deine PC ist ja so laut zu kaufen ja, momentan irgendwie ja, das ist weiß nicht irgendwie hat sie heute irgendetwas ähm, tatsächlich getan also was heißt heute also eigentlich immer so ich weiß nicht, ob da irgendwie Wasser oder so reingekommen ist eh sie kurz hochgenommen sogar hab ja kurz 60 Punkte bekommen also kann ich hier etwas fragen ähm, taktisches Licht ähm, taktisches Licht ähm, taktisches Licht aber das ist jetzt ok, das war's, wie sie uff, digger wow, das hab ich gar nicht gerechnet ich glaub nur noch deine Wurst in meinem Stream das hab ich mir jetzt irgendwie cooler vorgestellt, äh jetzt jetzt hab ich brüllen, really? das hab ich schon mehr oh mein Gott, ich hab ihn durch die Wand irgendwie geholt er denkt auch, schick safe safe meldet er mich jetzt oh mein Gott, der Lila auch und verkackt und so hart, alter was ein Untermensch ne, ich auch so so, wo ist jetzt der Granatentyp hin? der ist wieder abgehauen, oder wie, alter ach, was ein Untermensch oh ja, der ist mit dem Jump hat durchgeführt ein Stern, warum dauert es lange, den los zu werden, niger ein Stern ja warte, hat man die denn extrem die Playstation Karte? oh ja, oh ey das muss sich aber ändern dann so fühl ich mich selber ja auch, wenn ich will so oh mein Gott, ich hab den Crippler-Typ geholt jetzt go, Digga in der Arena in der Arena oder was in der Arena oder was in der Arena oder was hä und wo ist die John Korn, Digga ah ja, die John Korn lässt er einfach irgendwo in irgendwo in irgendwo ehrenmann hat er den Grabblatt den Grabblatt habe ich hier ich mach schon wieder in dieser Runde ich glaub 200 hab ich jetzt schon gemacht ich krieg einfach goldes Jackeweer, Digga kritisch ich hab jetzt schon zwei goldene Jackeweere und ich muss beide liegen lassen oh, das ist wegen dieser Kante leider ich hab mein Name und jetzt das treffen uns ja ich bin da, ich hab's als Granatenwerfer aber die meisten tatsächlich finden äh, Granatenwerfer besser aber ich schätze nicht wie Leute das besser finden können da geht Granatenwerfer ist halt stark so ein Endgame kann sie einfach hochboosten hey ja noch, du Grabblatt kannst du einfach hochgrabbeln gröbeln kann also kann sie dann auch noch unterbüsten der falschen krieg ich wieder zu schlechten auf einmal steht da eine so ein bisschen leichter neun ich glaube die wollen hat wirklich hier keine machen oder was würdest du sagen macht man spaß er für die autos er macht die platz in der europäische jahr ist auch geil körper als wild das macht halt spaß so digga das ist zu stark bei mir steht schon zehn likes schick mal screenshot über instagram das tue haben wir noch egal wie viele da stehen Oh, das klingt echt... Jemand sind zerrecken, Digga. Hehehe. Digga, ich bin jetzt schon wieder in der Top 8. Let's go. Äh, okay. Okay. Was liegt da goldens? Dahinter. Ich hab gesagt dahinter. Ja, ist bei dir. Nein, alles gut, Digga. Oh, wild. Ich hab' den Sturz schon bekommen. Auch sehr realistisch, dass der Pump soweit geht. Ach Digga, komm, oder? Ist egal, ich hab' eigentlich geblüht. Kann eigentlich nichts so besser sein. Vielleicht noch die mitische Form, aber... Ich denke, das war die Trump. Kommt mir. Stier. Oh, neckes. Ja, genau. Ah, genau. Und, du bist Plan. Oh, neckes Gubkel habe ich eh schon. Ah, neckes Gubel habe ich eh schon. Okay, ich hab' ich eh schon. kommen wir auch schneller aber leider in der Hälfte der Verküßung die Sterben und vor allem schlau ist er mit der Sterne Top 5 Digger, ja moin! Kann ich den Piloten treffen? Ich muss ja komplett auf die andere Seite, Digga. Einfach rumbringen. Wenn das Ding ist, wärst du halt die ganze Zeit am Start, Digga? Das ist halt die Sache. Wärst du die ganze Zeit auch am Start? So, ne, bis drei oder so? Äh, bei mir steht das Ding gleich. Ja, den Tod, Digga. Ich wusste irgendwie, dass da ein Weg ist, was kann. Keine Mund mehr. Ich hab den Körper so fast kackt, Alter, ich hasse mich dafür. Idiot, Digga. Digga, vier fucking Sterne. Ja, ich hab's gesehen. Ähm. 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 Ja, ne, ne. Ja, ne, ne. Und zwei Leute mit einem Mann gestimmt. Ja, ja, die ganze Familie nicht zerstören dürfen. Die Person ist bei mir, Digga. wir hätten in den wagen steigen müssen sagt das doch einer du hättest in den wagen steigen müssen was du willst du sagen ob du denn überhaupt macht also denkst du musst dann überhaupt die ganze zeit dabei wäre da irgendwann auch gehen würde das lohnt sich das einfach nicht ich lieber gucken sollen ob sie mir die oder so geht die oberste ein sind oben vor Ort und holen und kein zuschauer zu lassen das heimlich wird das nun und so ist ja nun okay 2 no no 8 der kommen ich weiß es ist der beste fahren Ich bin bei Nika, der ich mord hab. Ahja. Mann, so viele Bollen. Och ne, jetzt haben die Reifen zerschossen. Wie Sieger? Was ist das? Was ist das? Was ist das? schwitze drei kill zum wohnen arena dicker jetzt alle vier zuschauer was geht herzlich willkommen im stream alter schwitzer und guck das ist das was ich gerade gesagt hat kini er sieht die ganze wette der granat launcher aus der zone rausgeboostet der letzte deswegen und ohne griffle hätte ich auch nicht gewandt er kommt dringend um um ihn um lex wenn man etwas geht über einen däger stunden vorgesehen einmal reinfahren Kann ich jetzt überschreien, Lea? Ja. Meiner Zuschauer ein. So, die Nacht mache ich schon mal durch. Wie heißt du auf YouTube-Lags? So, Lea, da steht. Die heilige Gisela, würde ich wohl sagen. So. Let's go, Lea. Ist Bennett bei dir, ja, ne? Ja, Bennett ist bei mir. Ich habe tatsächlich 10 Likes, Alter. Uff. Okay, nice, ich habe es euch versprochen, boys. Dann gibt es auch den... Komm, hier ist ein Taxi, der, glaube ich. 24, nee, nicht 24, 12. Nee, ich müssen nicht offline sein. Das muss man sehen. Oh, der ist hoch, Lea. 1500 Punkte nur noch. Ist machbar. Wenn der beste Autofahrer... Ich mach gleich die ganzen Subnails, Alter. Spielen wir gleich mal so 10 Minuten. Leute, ihr könnt immer 10 Minuten essen, trinken, immer aufs Klo und so. In den 10 Minuten mach ich mir ein paar Subnails einfach kurz. Guckt euch die Pause, Alter. Ja, Moin. Als ob wir so ein Kno sind. Jetzt wird wir zur Pause. Ist doch so, Digga. Ist doch so, Digga. Digga, was ist denn eigentlich für Müll? Grip, Leute. Grip, Leute. Ich geb' ihnen 26 Hatschut, aber er schwirre, ich steh' noch online. Du kannst wieder in den Autofahrer kommen, wenn ja. Äh, okay, Boys. Wollt ihr jetzt die Pause oder eine Runde noch? Also, ich würd' die gerne jetzt einen kurz machen. Warte. Oh, Wild, Digga. Hopfram, Halbtonier, vier, 3, ... Avocados, aneine Malabi. Ähm, Blacks, ich will da nicht sagen, ne? Aber ich habe da 48 Punkte in 9 Runden gehört. Also, ich war in der oberen... Blackstum, glaub ich, zwei, ne? Ich war in der oberen 7%. Deswegen wäre es mit Gelb gewesen und ich glaube, die ersten 2000 oder so wären weitergekommen oder die ersten drei, dann wäre ich safe weiter. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie viel da ich bin, aber wenn der obere 7 steht, musste es ungefähr so passen. Ich muss raus. Oh, es geht lang, Digger. Mein Avocado. Tag. Ey, Blacks, ich habe 48 Punkte in neuen Runden gewählt. Ja, das Problem ist, ich konnte halt nur 7 spielen. Das Ding ist, ich bin sogar eine Stunde später angefangen mit den Cups und konnte eine Runde nicht mehr spielen. Wie viel, guck mal kurz nach, wie viel, da steht der obere Prozent. Guck mal, wie viel du da bist. Hornstern bei oberen 50%. Oberen 50? Bei 2%. Bei 2%. Also, wo ich nicht so viele Punkte hoch mache. Oberen 5% oder 50% oder was? 50%. Obere 50%. Oh, du bist lost. Ich habe obere 7, Alter. Nein, Spaß. Alles gut. Das war halt wild, einfach mein Turnier, Alter. So, das Ding ist, in der letzten Runde dachte ich mir so, Digger, komm. Du bist jetzt obere 14 war ich da. So, komm, geh jetzt auf Kills, Bruder, du willst in die obere 10. So, und da komme ich, dann habe ich, glaube ich, in der letzten Runde 6 Kills und bin Vierter geworden, Digger. Das war, ich bin obere 17%. Ich bin obere 17%. Ja. Okay, ich bin obere 7. Man kann sie irgendwie lauter sprechen. Okay, äh, ich mache jetzt, aber wenn ihr Fragen habt, oder so, dann schreibt rein. Ich mache jetzt in kurz 10 Minuten lang. Wie, 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 wie du das gerade gesagt hast, Digger, ah, ich habe eher eh keine Zuschauer, von daher, ja, warum sollst du eigentlich YouTube-Fotter machen, ich habe eh keine Zuschauer. Oh, du bist irgendwo aus! Rachoy 있었. Da machen wir noch in der Ballin. Wild oder... nein. Ich habe mir so gedacht, dass dieser Typ zum Endgame mit unter Santos rumzuschießen? Ich freue mich schon auf den Typen, der mir den Vorschein gibt. Gell, Gell. Ich dachte mir nur so, ich dachte mir nur so, hä, wo ist der, wo ist der, die ganze Zeit so mein Bruder, aber nee, mir so, er musste unbedingt aufs Klo, sag ich jetzt, und er hat mir aber zugeguckt, er so, da, 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 er hat sich aus der Zone rausgepustet, ich so, wo, 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 er kam so raus, wollte unbedingt was trinken, oder aufs Klo, ich weiß nicht ganz so ganz genau, und, er laufe und dann so, da ist er, ich bleib hier, ich guck die noch nicht, das Auto wechseln. Nein. Easy. Blackson, warum fragen Sie, ob ich offen muss? Ja, weil, weiß ich nicht, weil es nur über zwei Uhr ist. Ich bin bei meiner Oma. Achso, ja, stimmt ja. Da war ja noch was. 24,7 durchzocken. Nein, das ist nur Pussy, er wird sich schon aufgehen. Er wäre jetzt schon längst auf, würde ich nichts gesagt haben, äh, komm, lass es Dings da noch ein bisschen zocken und so. Was für ein bisschen zocken, ich zocke die A-Räge. Fack mal nicht ab. Die A-Räge ist Schmutz. Dein Leben ist Schmutz. Ich hab kein Leben, tut mir leid. Ich bin doch nicht. Shit hat er dich aufs genommen. No front. Ich will diese Scheiß. Ich will diese Scheiß. Nein, das ist alles zum Helm. Das wird auch angeschwicht. Ähm, ne. Ja, das, nee, das war die Richtung zu dumm. Oh mein Gott, ähm, ähm, ähm. Oha, 1HP. Oha. 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 Ich hab irgendwas, das stimmt mit Kili, ne? Das dachte ich, ich hab alle auch. Ja. Ja. Alles geplant. Ich bin so ein inkompetentes Kind, Alter. Kili sagt nichts Falsches. Alles geplant. Ja, mit Sicherheit. Abend ist auch wieder bei mir gewesen, oder? Morgen, also die nächsten Parteien gibt es einen Gratis-Mode, ne? Ja. Was kriegst du? Die nächsten Parteien gibt es einen Gratis-Mode. Von wem? Von was? Von wie? Von Epic Games. Weil ich weiß nicht, woher. Der weiß doch nicht. Ich weiß, wie das ist, dass es Gratis kommt. Okay. Mhm. Kili schickt dir wieder mal ein bisschen die Sognails, ne? Dann speichert er die wieder nicht, Digga. Also ich hätte ja erst die letzte Mission machen müssen, aber egal. Alter, ich bin der beste Autofahrer. Ach nee. Ich schwör das. Toxic. Dein Leben ist toxic, Alter. Mein Bruder ist toxic. Du wirst manchmal auch toxisch kriegen, das. Aua. Hast du schon gesagt? Du wirst manchmal aber auch extrem toxisch, ne? Nervt mich doch nicht, Alter. Du bist nicht so einer, ne? Ich fang jetzt nicht so wie Nevi an, Alter. Nevi, wie dir alles eingeredet. Ehre Mann, ich schwöre. War das gestern, ja, ne? Nevi labert mich den ganzen Tag davon voll, Alter. Ja, du bist toxic. Sein Leben ist toxic. Nevi, wenn du das hieß, no front. Sieht er bestimmt anders. Definitiv. Ja. Zockt ihr zusammen? Nö, ich zock Arena. Wir finden auch 1500 Punkte, dann habe ich Schäppens Liga. Ah, ja. Und dann kann ich auch auf diesen Akkord tonierer zocken. Also. Einfach verliebt in dieses Auto. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Divisions habe ich jetzt schon übergespielt. Hoch, wo schweiß ich hin? Nein, ich nehme das nicht. Wie brauchst du das? Ich nehme das. Und dann starte ich einfach wieder. Easy. 's. Jeet. Wir wollen das. Untertitelung des ZDF, 2020 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 wird es euch stellen, wenn der einfach auf irgendwelchen Menschen ballert. Ne, ne. Was fällst du von mir, Digga? Ach, Digga, ich treffe nicht. Das ist schon bekannt bei dir. Das ist schon bekannt bei dir, Digga, ich treffe nicht mehr. Das ist schon bekannt. Der. Niklas, wusstest du, dass man unter seinem Stream so eine Nachricht schreiben kann? Mhm. Ne, du sollst Chat gucken. Als wenn der 45 aufholen hat, dann hier 34... Sieh, Gold hab ich schon gesehen. Äh, mach er keinen... Äh, ja hier, dein Stream von gestern hat 45 aufholen. Als wenn, Digga, das ist wild. Muss man in meinen Stream schauen, ne? Hat Bennett gesagt. Ne, ich mach jetzt erst die ganzen Submails, dass es bei mir gleich weitergeht. In einer halben Stunde ist ja schon... Obwohl, oder? Oh, die Stunde ist ja schon Schock, Alter. Da kommt sie 23 Uhr. Ach, stimmt. Okay, dann geht's bei mir erst. Digga, warte. Okay, ich hab dir mal alles geschickt, das hab ich auch gemacht, gerade selber. Ja, aber erst schon mal mein Stream. Das will, Bennet. Ja, ja, Bennet kann so ruhig bleiben. Alles gut. Ne, du sollst mal in meinen Chat schreien, äh, gucken. Gleich. Ja, reicht jetzt, Bennet. Digga. Was denn? Schau einfach nach. Schau einfach nach. ok benet merke ich mir gut weil er schreibt nie lassen die lasse es los tatsächlich man sich noch auch nicht mit bei durch machen zum gebänden du machst mit er ist ein bekämpft man kennt ihn erst mal dislike geben ja okay ich hab drei akkons also mir egal und mit der allen gleich also nur weil ich nur sehen wird sich die ganze nacht durch machen und sie fliege ich mich dann später so um zwölf wohin oder so und pendeln ein das ist wirklich alter direkt mann weg ehrenmann was denn alle meinen reifen ist direkt egal ja kein wunder wenn ich überall gegen fahren 1 und dann bin ich durch das jetzt mein jetziges hat mir was jetzt machen an die o1 muss ich dir noch machen ich bin ich kann gut das ist halt das loste dabei der das schwierige digga wenn du einmal mit details anfängst kannst du niemals aufhören so weil du entweder aufträge rein bekommst oder weil so das nächste auto damit ist es schon für dich selber auch einfach machen muss jetzt verfolgen diese typen einfach los ich muss raus wenn es in zehn minuten geht weiter ich bin ich auch gestern aber ich bin froh um ein bisschen was geht herzlichen willkommen stream dann noch kommt die leckere Nürnberg zieht ist es gibt nicht ich meine ich meine Wenn ihr das gerade in der Stimme. Warum sagt ihr alle, ich bin Toxic, Digga? Nennt mir einen Grund, warum ich Toxic sein sollte. Ausraste. Was? Ausraste. Ich und Ausrasten. Wie bist du schon? Anspitze gegen der Wand, Anspitze gegen der Wand. Kannst du nichts von, ne? Nein. Das Ding ist, mein Handy hat einen kleinen Riss, weil ich das gestern von die Wand geklatscht habe. Ich bin gestern einfach von 200 Meter Snack gestorben. Headshot Snack, ne? Aber freut sich dann, dass ein 200 Meter Snack macht. Und ich hab mich so erschrocken. So, Digga, und ich dachte mir nur so, ne, mein Handy muss leihen. Oh, Fuck. Also, nichts passiert. Das nehmen wir mal mit diesem Filtern auch wieder. Ich hab voll den wilden Dings da gefunden. Oh, Fuck. Ich will noch kurz 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 aufhören. Nen, wegziegt. Sofort, nein. Huch, jo. Huch. Ja, wer sagt, ich kann nicht fahren oder was gesagt wissen? Hm? Du, selber. Du, selber. Schon schon genug. Schon schlimm genug, dass du so toxik auf einmal wirst. Gleich in Fort-Night bis zur richtig Toxik? Gleicht in Fort-Night bis zur richtig Toxik? Gleicht in Fort-Night bis zur Richtig Toxik? Gleicht in Fort-Night bis zur Toxik? Gleicht in Fort-Night bis zur Toxik? Ich seh schon. Hm. Oh, da muss ich gleich noch einen Energy wahrscheinlich kommen, den Tigger. Und schaffe ich es eh nicht. Hör mal auch. Kimi, Hör mal gleich einen Orangen нашей. Gleicht in? Welches ist der Tempel? Kimi, ich will mir gleich ein Orangenas. Tante sein zwei Minuten noch nicht mal von mir entfernt also hat das Klasse welche Tante ist der von dem nicht mehr zwei Minuten entfernt bei ihm und in der Oma wurden direkt neben der Tankstelle also wer denn welche denn und dann die in den Ufung wo ich dachte ach so ich hab ich dachte nur da der Zusatz ist klar ein Vorteil würde ich sagen was passt nicht dazu was passt nicht dazu das passt aber da musst du ja Stream beenden Kiri ne ja wir lassen oder willst du noch ein bisschen länger durch machen dann mach ich einfach von App streamern ich denke ich dass es wieder abstürzt du bist ja auch die ganze Zeit in der Partie ja Partie in der Partie YouTube Studio oh 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 ah oh 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 ja discover Gotten Nergid werden jetzt dann nicht ab Oh beschreibt der rein denn ich hab die ganze Zeit alt rein Nur hat er erst kickt wieder auf jeden also und jetzt mach ich kurz noch mal ein Submail also YouTube Studio kurz bei mir und dann und dann Antwort Digga ey aber sei ehrlich das Submail was ich dir gemacht hab ist zu wild alter zu wild aber ich bin dabei in den Shop ein geileres gerade noch gemacht ich hab halt neun Filter gefunden der Schild hey Puppe ey Puppe Moin Meister Moin Meister der Kleck hat gar keinen Bock mehr auf uns er redet darüber gar nicht mehr er denkt sich auch nur so Digga was für zwei behinderte Kinder ich muss raus ich muss raus ach Digga das ist nervig gegen Eier ach Digga was das für ein Warte Fug äh Wasser warte Fug warte Fug ach ein ein warte Fug äääh Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ihr Mann... Ich bin... Ich bin... Nikas, schau dich mal weg, ich bin... Ihr Mann... Ihr Mann... WTF... Ich habe... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Das hat man gar nicht gesehen. Mann, man kann nicht mehr sprinten... Der... 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 Das... Der... nix hast du da mein stream vier zuschauer ja moin lust alle mal verkehlen einen like da er ist ehrenbruder erz verdient und danach geht ihm die videobeschreibung und kommt zu mir äh ja ja die ist da so statt shop streamen nacht streamen nacht streamen so speichern jetzt kommen wir uns wieder weitergehen bei uns und so was geht hat sich gekommen zu sehen hier doch so umstehen und ich will ich habe so viele zuschauer wegen der missionen der gab mit dem alle wollen sich kennen mega wenn du mein stream geschaut hast dann weiß warum und wenn ich das sagen Ah, dem musst du gleich einen Kopfschuss geben, oder nicht? Ja, dem musst du gleich einen Hitchop geben. Äh, ey, nicht. Dem musst du gleich anrufen und dann explodiert er. Das ist crazy dann, Digga. Ja, moin, fünf Zuschauer, was geht's? Ja, ich, Digga, was geht's? Ja, ich, Digga, was geht's? Ja, ich sprung mal ein bisschen zurück, bitte. Nee. So ein paar Minuten. Nee. Moin, Zuschauer, was geht, Digga? Hi, Toxic Typ. Bennet, ich schwör's einmal nochmal in den Chat und dann bin ich wirklich Toxic und dann entferne ich dich jetzt, Mod, und blende dich auf den Kanal aus. Langsam geht's mir richtig auf die Eier, Digga. Wie gesagt, noch einmal und dein Mob ist weg. Nein, wie muss ich denn anrufen, Digga? Muss ich Lester anrufen? Äh, nein. Äh, das... Machen wir nochmal ein Handy zu. Dann müsste ich da eigentlich stehen. Doch, ich glaub, Lester, oder? Nee, so ein Jane Lowe ist nicht anrufen, genau. Ah, ich hab's richtig gekriegt. Und jetzt. Was ist denn eine Leiche da, Alter? Was ist denn ein Opfer da liegt, Alter? Erstmal hier mit Fotos machen. Richtiges Opfer, Alter. Ich denk jetzt, wer geht auch bei einer Präsentation ans Handy, Alter? Das denk ich mir dabei nur so manchmal. Mach ja auch immer. Also wer geht dabei ans Handy, Alter? So, ich geh auch das nächste Mal so irgendwo hin und dann mach ich auch mal kurz so Wendem Handy mein Kuss an. Und zog jetzt mal eine Runde Clash & Clans oder was? So, nicht. Apropos Clash & Clans, muss ich gleich auch noch Clanspiele machen, Digga. Was hast du schon wendet? Nee, das nicht. Jetzt macht der das Sprechen zu sparen, ne? Ich hab gerade die ganze Zeit zu schauen. Die nächste Mal, was du im Chat reinschreibst. Ja, ist richtig geil, ne? Fühl ich richtig. Ich auch. Ich hab Mitleid mit dir, sorry. Ich hab gar nicht mit dir. Okay. Traurig deinem Verhalten. Oh, ich bin gestorben. Richtig so. Jungs, wie bist du schon wieder gestorben, Alter? Er ist aus dem Auto rausgeschneidert. Ähm, nein, ich bin nicht. Zu wild. Ich hab auch einen Zuschauer. Was geht planen? Alles wird bei dir. Nichts passiert, okay. Nichts passiert. Sorry, ich hab's markiert. Zu wild. Aber warum musst du eigentlich nochmal von neu anfangen? Äh, keine Ahnung. Allgemein mit dem Ganzen. Ich muss mich nochmal komplett neu mit der E-Mail anmelden und so. Okay. Ups. Ich hab so einen fetten Jungen geschlagen. Ich seh's gerade, so einen roten Hemd. Ich kann nicht drücken wegen diesem Scheiß-Anruf. Hallo. Hallo. Ich kann nichts machen. Ah, jetzt. Was machst du da mit dem Taxi, Dicker? Ich muss nur hin. Dass du kein Unfall erworst, oder was? Ich will nicht schon wieder sterben. Ich will nicht schon wieder sterben. Diese Betonung einfach aus der Welt. Halt die Fresse, Dicker. No way. No rassistisch. Ja, meiner gibt mir erst was Zeitschellen mit der Pistole, Dicker. Er klaut einfach ein Polizeirotor. Nein, das ist eine Mission. Ja, ja, ja. Ich weiß. Na, guck. Ja, da war eine Forderung. Ich weiß. Ich hab das selber alles schon gemacht. Ich bin komplett durch. Ich hab sogar schon einen Elektroschocker. Achso, ja. Er kauft's mehr Boys. Oh mein Gott. Ist ja die Sorte, die Füllen gesagt. Ich hab noch nicht weiter gezockt, als wo ich... bei Ihnen war, und da hab ich Kommission dauschaft. Weil ich einfach Motorradfahren wollte. So wild. Ich glaub, Ben trotzdem nie mehr bei mir einen Chat reinzuschreiben, weil er die ganze Toxik hat. Und seitdem ich ihm das gemacht hab, schreib dir nicht meine Chat rein. Ben, er drast dann los. Ich hab die ganze Zeit hier im Chat. Und seitdem dieser Fettsack. Den ich grad vertrübelt hab. Naja. Zu wild, Digga. Das könnte schon fast du sein. Oh, nee. Du bist eigentlich verdrückt. No hate, aber das könnte Julino sein. Die Lachen einfach best. Das ist schwarz. Jeet. Ach komm, musst du da stehen. Ich muss mich grad wieder etwas von meinem Stream erinnern. Ich hab so die Tage so Angst. Kannst du nicht einfach reden über Party, Digga, bis sie zu Lost? Ich hab so mit, ich hab so mit Nevi letztens gezockt, ne? Ne, das soll ich dir leider. Das ist Lost, Gisela. Das sag ich dir, Privat, okay. Das sag ich dir, Privat, später mal. Das ist aber auch Lost. Lost. Blacks. Was? Du musst nicht Lost, Heili, Vicky, Sagan. Ne, das war zugegeben. Moin an alle beiden Zuschauer. Was geht's? Ich helfe Bennett. Oh, ja. Ne, sag jetzt. Moin, ne, 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 sag jetzt. Okay, ne, ne, sag ich sofort. Du musst deinen Stream benennen zu WoTo 6 Arena Points. Dann klicken mehr Leute drauf. Äh, dazu sag ich immer nichts, Kili. Ich hab letztens WoTo 4K. Ich so letztens 3, ich, ich so letztens 3.900 Punkte oder so. Irgendwie dann hab ich so meinen Stream so genannt WoTo 4K. Und ich ging irgendwie mehr auf 3.000, als auf 4.000 zu. Deswegen schreib ich das nicht mehr da rein. Irgendwie dann hab ich irgendwann in den Chat geschrieben. Road to 3K, Isa. Okay, ich sag's jetzt. Also, so Nevi und ich, ich, wir haben so letztens so gezockt. Ich hatte so einen Lachflash und er auch. Was kommt jetzt, Digga? Der muss peinlich sein. Ich trau mich nicht, dass du schaffst. Alter, hab ich gute Reflexe. Ich wusste, dass der rauskommt. Deswegen hab ich gebremst. Ey, deswegen bist du auch in den 3 gefahren. Ey, hör mal auf, ins Team zu schauen, Digga. Verpiss dich. Ich kann nicht mehr. Junge, wie du lachst. Du lachst, du lachst, Digga. Wie du so bist, Alter. Ich kann nicht mehr, Digga. Hey, warum war ich hier, Digga? Bin ich lost? Habe ich nicht, Jungs. Und dann habe ich... Nee, 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 nee. Ich sag das nicht. Entweder Kipp lost, Armin selber bei dir in den Chat oder... Nee. Ich will das nicht sagen. Nicht ohne mein Anwalt. Nicht ohne Herr Anwalt. Die ist fressend. Hä, fressend. Aber gut, die Idee, ich glaub ich, ne? Mein Spring gleich so... Aber dann nur 5 Kau... Sag, ich weiß das nicht mehr. Komm, sag. Hä, weißt du immer nicht mehr? Ich sag nur einmal, ähm... Thema... Ähm... Es hat etwas mit dem Thema zum... Mit dem Schwein theoretisch zu tun. Wirst du entspannt, bis das wüssten wir schon. Was du ein Esel bist, das wussten wir auch schon. Ja, ich hinde sonst an die große Glocke. Wenigstens habe ich... Äh, wenigstens wird aus mir etwas gemacht. Kann ich sterben. Ähm, Leute, ich beende kurz den Stream und... Leute, geht alle zu mir. Link ist in der Videobeschreibung. Kommt alle zu mir. Kommt alle nicht zu mir. Kommt alle zu mir. Ich krieg alle 10 Euro. Ist schon beendet. Oh ja, dann komm ich gerne da rein. Das war geil. Keine Ahnung, sicher, dass du das mit mir war, ja. Okay, also ich habe, äh, während des Streams uns so dann so gemacht. So beim Lachen so. What the fuck? What the fuck? Bisschen lach. Alles klar. Okay, kann man so stehen lassen. Ich muss mal wieder Luft holen, Alter. Ach so, ja, nee, wie weißt du noch? Und er so, hast du gerade ernsthaft gegrutzt? Ich, das war jetzt peinlich. Ich bin durch mit der Welt. So, das Stream ist wieder gestartet. Moin, Leute. Trimax hier. Kilian ist der größte. So wie sie, Max. Ja. Ach so. Der größte Ehrenbruder, natürlich. Und den Kopf, der Name. Zum Glück hast du da drin gelegt. Äh, solltest du mir was sagen? Äh, Kilie. Ich will so gerade auf deinem Livestream so gucken, ne? Aber das ist ja beendet. Ich will da so gerade drauf gucken. Und da vor mir läuft der Amar. Ich habe mich voll erschrocken. Äh, die hast du tatsächlich... Ob, immer war da so ein Bild, so von Amar, so die, äh, Dings da. Erstmal disliken. Junge, Kilie. Du hast 51 Abonnenten. Ah, ja. Du hattest davor 48, 19, 11, 3 Abos hast du gerade gut gemacht. Haben die jetzt hier gefickt? Ich glaube, du solltest bitte, Kilie. Ja, aber... Äh, Kilie, ich will da nichts sagen, ne? Aber ich glaube, du solltest bitte, oh, wir sollten wirklich GTA auskriegen. Ich muss raus. Ich kann nicht mehr. Warte. Haha, ich kann nicht sterben. Haha, ich habe sehr viele Vibats. Ja. Ich auch. Lass mich. Kommst du, Dummy? Ich will, ich geh auch nicht zu dir hin. Komm, du. Wohin. 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 Was ist das gelb? Ich habe denen ein bisschen ergeben. Meine Lehrerin Kunst auch. Hahaha. Das war ich mit zwei AC-T. Okay, läuft. Jetzt real. Was ist? Jetzt real. Jetzt real. Jetzt real. Oh, ne, wer ist das denn? Weg mit dem Film. Ach, ne, der ist so hässlich. Herr Avocado, kommen Sie? Da können wir ja jetzt alle drei Arena zocken, ne? Ah, ja. Moin, alle drei Zuschauer. Was geht? Herzlich willkommen. Zu dem neuen Video. Einfach zu uns. Wir sind schon zu zweit in der Lobby. Ach so. Taxik, Alter. Lad mich doch ein, Digga. Hey, Digga, lad mich doch jetzt ein. Oh, ne, das ist so süßes auch. Junge, lad doch jetzt mal ein Kili. Ich hab noch keine Einladung bekommen. Bin da, ich bin gekriegt. Warte bis Shop. Stimmt, boys, lass bis zum Shop warten. Ist cleverer. Und dann... Bin ja auch, Kurt. Oh, lass da, Medica. Nee, was bei dir falsch. Ich geh erst mal auf die rechte Linie auf YouTube. Ey, Bruder, ich schwöre, wenn du mir Bettelbots schenkst, dann bekommst du nichts. Ich schwöre, ich schwöre, ich schulde Bälle noch. Oh, ich hab ihn verschwunden, ich kaufe ihm eine Golfschläger. Ja, dann... Ich schwöre, ich will so viele Bettelbots schenken, ich muss noch meinen Namen, alles, Digga. Junge, ihr seid einfach nur asozial. So, guck mal, ich würde euch jetzt gerne einer den Bettelbots schenken, aber guck mal, was dann da steht. So, Bettelpass, Bettelpass, so. Dann, dann, hallo, lad schneller. So, dann Bettelbots verschenken und guckt, guckt die Scheiße euch mal an, Alter. So, wenn da immer steht, die Erkontaten sind nicht aktuell, obwohl ich die jedes Mal erneuere und so. Und ja, und deswegen hab ich den 2.3 CC und wenn ihr darüber was wollt, dann... Geil, die hat ein Creator-Code lost. ...hat eben Pech gehabt. Äh, so, ich bin wieder da, du asozialer. Gib dem Creator-Code lost. Nein, gib dem Creator-Code early in den Shop ein Voice. Da, E-A-R-L-Y. Da, E-A-R-L-Y, damit zu posizieren. Dankeschön. Ja. Ich komm gleich wieder. Es gibt den für E-A-R-Code, nee. Auch deine Mutter? Einfach, einfach, nee. Shit. B-kira. Hallo. Tschüss. Vielen Dank. 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 Let's go count. Ich hätte mir früher mal überlegt, ob ich mir den kaufen habe. Das Ding ist so, ohne, also mit den Helmen ist der eigentlich vergalt, der Rüppel. Okay, warte, das ist der Itemshop. Okay. 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 Okay, okay. 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 siehst du mir nicht der ist so geil und außerdem der eine zockt jetzt glaube ich sogar tatsächlich gta der eine bot hier ja ich glaube ich ja andere bots und nicht mit dem du im schalter ich weiß ich spiel jetzt kommt noch vorne ich bin kurz mit links und wenn man internet abholt er abholt 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 ich muss nur die städte die städte die brudi ich muss man kann es nicht schnell weg wenn es dann ausgeht sind kiri kiri sagt dein internet denn das hier warte bruder muss los ja fast also ich fühl schneller ich muss los ich fühl schneller oder sagt sie das hier mal schauen also ohne gar kein bock auf den bruder muss los ohne gar kein bock auf den bruder muss los ohne gar kein bock auf den bruder muss los ehren youtube ehren youtube kiri sei ruhig das ist mobbing allgemein allgemein kann ich ja jetzt mal so meine 84 abos habe ich meine letzten waren banane 07 lost army und tau banane bester name lass meine abonnenten in ruhe halter der einheit der eine hat 700 abonnenten der andere 600 das christian sich irgendwie erinnert ne mit den elterns gemacht das ding ist ich kann ja nachgucken wer mir alles so abonniert hat digger wer mir alles abonniert hat wer mich alles abonniert hat robin moritz kalt die orange Wolltest du nicht arena spielen abonnenten erlaubt auf die banane musik ehrenmann an 07 aufruf 850 hat mein letztes spiel gleich so lange stunden der bläck so will ich denke an du wirst weiter ich schätze dich du bist okay allein mein aufrufe stund kann ich ja jetzt mal nachgucken hatte auch schon länger wie geist 40 erst geliebt egal wo er nur sagt ich bin nicht ehren auf den netz mein letzter stream hat wie viele aufrufe 45 sie tatsächlich sogar abbild der davor hat 40 oder stammt auch gerade 40 danke dass der tonal ist danke so der davor hat 40 digga ja moin der davor hat 28 hat der zugelegt bei mir der davor warum hat avokade verlassen 59 hat davor einer ein stream okay der davor ich glaube 37 19 hat er 10 ja wenn ich ihn einfach der beste der fleckte übertrieben bei mir aber in einem noch trotzdem der beste oder bin doch nicht der beste ist in gestorben was mit der avokade er ist abgehauen erster kill digga ne er ist noch online ja aber er ist auf der partie war nicht damit die gewinnen dieser wuschung wieder runtergefallen unter ich bin zwar mit ihm der erleichter 84 august digga 84 august digga danke an jeden einzelnen der will auch guck ehrenlos er hat dann finde ich ihn ehrenlos nur weil ich nicht mit dir zacken will gerade oder allgemein mit niemanden der lockt haben wir also nie hat das geschrien ich will halt gerade irgendwie auch in der drüchten digga die so und das ist ein bisschen verstehe ich ja nicht warum man dann jetzt alleine in der blieb überlege ich 10 dpa aber dann würde ich den vorabstehen löschen nö 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 dann kann ich mich wenigstens aus machen wie ich fahre weiter das war nicht der trio macht man halt zu wenig punkte so das musst du halt wirklich du mit so wie nevi oder so haben dann der dingstag oder oder bennett ja da ist einfach 51 aber ich habe mit martin und christian arena trio runde gemacht mit 21 kills in trio wo ich die runde komplett allein fast gespielt haben was würdest du machen wenn du eigentlich gewählte flieger kommt darauf anfang gehen als ganz klar ja auch schon mal ja ja der stelle ist vor der wälder dich aber nur 32.000 euro hat er stelle ich vor er ist halt wirklich dann in dein stream und so da ja wenn ich mir das mal so vorstellen alter so ein typ war bei mir war auch wenn mit 200 mit 508 genannten auf jeden fall mit verdammt viel mit verdammt viel kommt kommen sofort ich bin kurz wem und dann mach ich ja so hier moin dicker mein bruder der rastet einfach so wieder komplett aus er sagt er war ich die pen schau und er schreibt hey bin wieder da und sie hat den oder ins film gerade geguckt die ehrenloge glaubt nicht bei mir war ja nur jana drin wo pisste ich junge du holst doch jetzt gerade nicht ab oder er hat mich aboniert digger schreibt alle hashtag lost in den chat wo ist das die das wisst boys schreibt alle hashtag lost in den chat digger er hat mich aboniert und ich hab nur mit an dem ich hab wieder ein flughalter ich habe immer so bennett erste ermahnung außerdem bei ihr neul wie viele bilder aus mir geschickt ja das wird alles jetzt meine habe ich mir alle gemacht wieder hat heute geburtstag ich weiß dafür schreibt mir nicht kannst du schon mal mehr gelassen ich hab mal kurz was vor digger das war noch mal jetzt noch mal durch viel und ... und alle anderen auch. Es kommt euch. ... Vielen Dank. 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 So... Hey Mann... ... 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 wenn du bei mir ist keiner der war doch bei mir wenn jetzt ist glaube ich nicht mehr da ich habe nur zuschauer und 131 nachrichten ich habe die ganze zeit zwei wo du was hast du irgendwie noch abends oder so gemacht nehmen wir noch hier dann ist ja auch eine anzahl gemacht wieder ich weiß nicht ich muss noch mal wenn ich mir in die internet noch verspielen ja lass das morgen heute Abendmahl also gleich machen irgendwann ja gucken wieviel aus du hast und ich und dann wenn man auch ja dann backen sich wieder länger was hast du noch nicht die nachrichten denn mein ich habe wieder mit dem zuschauen wie sie mir zuschauen aber nur zuschauer back oder ja glaubt schon also die hatten wir gerade bei der reine stund von der nase ich glaubt mein Bruder hat sie mir halt wirklich gebrochen alter ein paar gebrochen würde man fühlen aber wenn die gebrochen wäre dann wäre das ohr sah das fehler oder wäre das irgendwie anders dann dann wird es auch was ich habe müssen dann hat doch gemütet und wenn es gebrochen werden hat auch geknappt jetzt ich habe schon was geht ich bin ich habe draußen noch immer wieder mit kiltern wie jetzt heute abend moment wahrscheinlich heute abend also jetzt noch oder die jetzt wenn es mehr vor dieses heute heute abend so jetzt der neue tag dieser abend davon wenn du meinst mit heute haben wie gesagt ich weiß nicht wann ich online komme das ist das ding ich schritte bei meinem vater so bei meiner mutter okay so ich denke bei meiner mutter ist schwierig zwar aber auch jetzt nicht mehr so oft weil sie wollte noch jetzt kino und viele andere sachen und so noch und ja man geht ja auch nennen kommt wieder am tag kommen dann kein stream versor der neue tag ja wie gesagt ich muss gucken so ich denke ich könnte erschaffen heute abend so was dinks doch erwiener also je nachdem wenn ich jetzt meine 5 oder 6 k mache dann würde ich nein sagen aber wenn ich jetzt bei 4,3 bleibe dann kann ich jetzt ruhig machen so aber ab 5k so ich probiere halt jetzt meine 6k wenn ich über der 5k schaffe ich dann definitiv nicht dann fälle ich definitiv zu viel habt ihr ein haus oder also mein vater hat ein mehr also wir sind also hier wo ich glaube acht andere leute noch drin im haus und er hat im garten und mein und ich habe also meine mutter habe ich wir haben eine terrasse und vier nachbarn wer ist bei dir im chat immer noch mehr 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 okay nein er ist schlauer einfach er ist schlauer warum hast du jetzt eigentlich auch das auto als gewechselt auf gta gewechselt ich hab denn die tür einfach ins gesicht gefallen hallo was hast du gesagt ein rennen kann ah ja dass das kann es nicht einfach ein großes haus und garten die das ist wenn wir fassen da lohnt sich ein hund zu haben mit haben wir den hausen natürlich keine schlaue idee mein auto ist weg das meinte ich auch nicht umfangen das ist die denn wenn man kommt springt etwas höchste machen wenn die sich den sagt wir haben können kann man halt echt sagen eigentlich richtiger das ist mit dem haben sie stellen wir haben halt ein hand okay das ist ein bild für den hund digga er hat ein halbes fußballfeld als garten und haben wollen wir haben aber auch nicht diese garten ich weiß nicht ob ich das gta geschickt habe oder so muss man die türen dinge und mann die türen verloren sind auch die tion ja ich bin ich bin okay was denn witte L X N N Y Y und beschrieben hilf ich kann ich will schlafen aber kann nicht wenn ich gerade hin und sie getrunken hat bis selbst du dir nein ich schwöre man kommt zu einem überhaupt nicht mehr stream er braucht hier mit dem Ehrenmann der Erhilfe schlafen bei es ihnen einfach mal aber unten bleibt da ist ein bisschen der Verschützungen die er dich jetzt unterstützt so kann ich sein gta stream und ja geht ja auch sein ich bitte ob ein rap mit kohlen denn sie und drei leute müssen noch sterben alter am besten immer recht überholen das mache ich auch immer nicht längst ich bin zu weit gefahren ja keine Ahnung schau dir einfach wann es gehen dann kannst du ein Kini was kannst du mir mal gefahren zu tun an ihr kannst du nicht mehr du kannst du vielleicht nicht gerade habe ich glaube ich habe elf oder zwölf bei mir werden zehn angezeigt können die dinge ich weiß gar nicht wie viel ich hab 23 oder so ich bin ein paar Jahre vorbeigelaufen ich bin wirklich zehn meter haben ein lange vorbeigelaufen es vielleicht okay das ist wild bei etwas sagst du dazu dass ich einfach ein lama vorbei geflohen sogar glaube ich bin ja moin digga das hol ich mir erst mal hier jetzt eben kurz auf dieser auf diesem werk ist eine fette baseball okay aber da muss ich hier ein bisschen runter hier haben wir es ist ja richtig schön mit 300 mit verballern was 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 woher sie doch mal eine waffe ja 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 und jetzt haben wir wollen gehen ich habe jetzt gut meine klaren zu schauen was geht lost ja ich finde das tatsächlich ich habe es nicht was kann man kann wenn wir es nicht haben habt oh mein gott ich guck gerade auch mal steht auf einmal gut wie auch wenn ich direkt in snipe lecker oh mein herz ist einfach gerade stehen geblieben alter also mein herz und zeigt mal gerne rein wer ihr seid ne macht es nicht wenn ich ja nicht weil er in deinem stuhl ist wenn ich das bei mir übrigens ich habe elf likes meint er ich hab drei vier ich gehe jetzt einfach in die zone für das lager wenn ich mal wüsste wo das stehen würde das würde ich mir halt wirklich bist du ane dann soll ich dir einen ziel bringen ich schwöre mein herz ist einfach stehen geblieben wenn der dicker ich kann schon gucken ob man schätzt er kann ich gleich noch machen die betone klack auf gleich um und das war schon von drei buren hinterher und ich habe so eine karte die mich beim der wasser schreibt was ist denn wenn die letzte nachricht vielleicht soll er gucken hilfe ich will ja ist der letzte anscheinend irgendwer da schon wieder ich sagte mir so gerade innerlich stadt sie meinen die können ich habe jetzt in dieser und sehr gewassen machen das steht vor mir der ja ein geht damit mache der nut die wohnung oh mein gott digga und ich habe einfach nur mit laut schadeger er lässt einfach nur mit laut er fliegt weg, okay. Erstmal Rocket Launcher. Komm, ich bin die Kopfloser. Ich hab' nur einen Rocket, aber... Juch, Digga. Wer die rechts? Ach ja, komm Digga. Jetzt hab' ich keinen Zuschauer mehr. So knapp, das hätte mein Tessatur kaputt gemacht. Ganz ehrlich, Digga, ich hab' ein Controller zerdrückt, Alter. Ich dachte mir innerlich, Digga. Why einfach nur, Digga? Da kommt halt so der R2-Spammer, Digga. R2 ist ja eine komplette Familie, Alter. Ausgeburten, Tochter. Das Ding ist, ich wurde einfach 16. und 15. gibt's Platzierung, Digga. Alter, in meinem Wasser ist einfach keine Grünsäure mehr und die sind warm, Alter. Weil die auf der Playstation stand. Den Snap muss ich mir nochmal angucken, der war voll drauf, Alter. Da ist er schon zu spät, so. Da und dann... Ich war drauf. Ich hab' in dem Moment gestoppt, Digga. Halt's mal. Benet, ich schick dir gleich mal einen Screenshot, Digga. Ich war drauf. Ja, moin, Digga. Moin, was geht? Ja, wahrscheinlich, Digga. Ey, Kili, ich geb' dir mal kurz einen... Schick' dir mal einen Screenshot. Ich hab' irgendwann noch kein Internet dabei, ja. Internet hast du schon. Außer du willst, dass ich meinen Stream crashen lasse. Einbruch, Bruder. Was geht? Benet. Hey, warum sieht der Screenshot denn so scheiße aus? Ne, den lösche ich mal kurz. Nachricht zurückrufen. So, hier? Ich könnt' mir die Iso holen. Wann? Guck mal auf den Kopf, Digga. So ein kleines bisschen auf oder über den Kopf, so. Da ist dieser gelbe Punkt, Digga. Guck' da mal drauf, Benet. Habt ihr euch auf Verzeihung oder was? Ne, äh, Insta. Es ist einfach ein frech, Digga. Ich war aufs der Kopf drauf. Ghosted. Ne, ne. Der hat nicht mal Zitmark angezeigt. Junge, zehn Likes. Da müsste ich ja sogar auf der Seite angezeigt werden bei den Live-Fordern, Digga. Ich glaub' nämlich, ab acht Likes stehst du da sogar bei. Ich... Ich... Ich hab' keine Ahnung, wie viele ich gerade hab. Ich glaub' du hast drei, hab' ich schon gesehen. Ich bin mir nicht sicher. Moin an meinen Zuschauern. Das ist Bennet. Moin an alle meinen Zuschauern. Und was geht? Das ist ja gut. Komm. Aha. Ui. Wie steht im Titel Public? Hä? Public? Hä? Wait, Digga. Dann schreibt er das wieder automatisch, schwarz Maut. Ja, moin. Als... Als ob ich den einfach... Oh, Digga. Alter. Ne, glaub ich schon mal streamen. Geht nicht, bei mir sind Maradouren. Wait. Loll. Bei mir sind einfach Maradouren, Digga. Ich bin ja einfach gerade wieder in die Zahlen. Oh, Digga. Diese mit dem Schild immer, ne? Die haben so viel HP, Alter. Die haben 300... ...HP einfach, Alter. Das ist richtig, Digga. Ich hab' diese drei von diesen riesen Feature, Digga. Oh mein Gott, Digga. Die haben Rocket Launcher. Oh mein Gott, Digga. Alles, was mein Herz verkehrt, haben wir, Digga. Aber ein Rocket Launcher muss ich tatsächlich hier irgendwo verstecken, Alter. Hier. Ja, moin, bei euch, dein Stream ist einfach abgeschnitten. Moin, was geht? Hey, was ist los gewesen, Digga? Ja. Ey, Stream auch abgeschmiert? Meiner ist ja. Was? Meiner ist abgestürzt, ja, warum? Oh Gott, Digga, ich fühl mit dir. Häss deine Rocket Launcher oder was? Nein. Junge, Alter. So ein hässlicher Wichsstück, Heidegger. Sorry an alle Zuschauer, Digga. Aber es ist einfach so, Digga. Woran trink ich da vor? Okay. Ich bin so inkompetent, Digga. Ich trink ein Biggie, obwohl ich Minis im Inventar habe. Und ich hab einfach Null mit. Er hatte sieben Likes. Äh, Klee? Was? Du hattest sieben Likes und dein Stream ist abgebrochen. Belastet. Junge, du tust mir grade ultra leid, Alter. Was? Ach, das passiert schon. Äh, endlich was. Woher kommst du denn? Digga, Brauner, beruhig dich mal. Nur rassistisch gemeint. Junge, auf einmal kommt von links so ein Hai, Alter. Ich guck so grad in den Chat, ob ich irgendwas verpasst habe. Guckst du wieder dahin? Wie vorhin bei dem Snap. Aber bei dem Snap, Digga, da ist mein Herz stehengegeben. Äh, wirklich, Digga, da ist safe für zwei Sekunden mein Herz stehengegeben, Alter. Ich hab mich so erschrocken. Deswegen ist, ich hab den da oben nicht mehr jetzt gesehen, Alter. Junge, ich hab ne grüne AR mit 42 Shots. Ist das nicht wild? Guckst du? Ich mach mir eh und Essen. Ich bin schon wieder da. Boah stimmt, soll ich mir Kellogg's machen, Digga? Das ist schon wild, Alter. Ich könnte mir alles machen. Nee, ich esse jetzt gerade nichts, Digga. Ich hab kein Bock. Mein Stream ist besser, als zu fressen. Endlich kriege ich mir wieder Punkte für Top 25, Alter. Endlich. Also gerade auch, aber wild einfach, Alter. Ich hab drei Runden so Punkte vergeben, Alter. Schauen wir es, wir gehen mal ein. Startest du noch mal Stream 9? Wie lange war er ins Stream? 40 Minuten. Ich weiß nicht, ob man den dann sogar löschen sollte. Nein. Ich glaube, ich würde den dann sogar tatsächlich löschen, Digga. Ich hab dir das Video angeschaut. Inschallah tatsächlich. Äh, nicht. Jetzt wenn ich einfach elf Likes habe auf meinem Stream, Digga. Oh, ich glaub nicht. Ich würde jetzt noch ein Handy finden, Digga. Das ist tatsächlich wild. So elf Likes würdest du dir doch auch mal so wünschen, oder? Oh, Gott. Ich hab einfach einen Rocket Launcher unten in Lila. Und ein Lila, das Jacker wäre. Und ein Lila, das Jacker wäre. Aber eine Munition ist tatsächlich sogar für New Rocket, habe ich sieben Stück. 56 Pam, 24 Sniper und dann kommt eine Armonie. Einfach ein 80. Davor hab ich immer so 300, 200. Was wünschst du dir noch so bis Ende des Jahres, Kili? So für YouTube und so. Ich hab wirklich 51 Abonnungen, Digga. Ja, das ist ja auch der Wortefug. Bennett, manche, er hat sich über zwei Erkonsten, äh, abonniert. Daher kommen die. Aber trotzdem fehlt ja immer noch einer. Einer muss sich ja noch abonniert haben. Ja, du hast dich doch 48, oder nicht? Ihr, du hast es 48, genau. Wie viel hast du jetzt? Nein, schon. Kili, wie viel hast du jetzt? Äh, 50. Ja, warte mal, ich muss mal kurz nachrechnen. Oh, hier hat sogar ein Lama. Ihrem Bruder Lama. Ich stehe da einfach von nach vorne. Ja, er hat sich über zwei Erkonsten, Ding, Satz. Heißt, einer fehlt. Ich hab mich schon so überlegt, Digga, ob ich mir jetzt 1000 so Google-Accounts erstelle, dass ich einen Creator-Code und so dann habe. Ich hab schon so überlegt, Digga. Ich will den Kasten-Games-Code. Aber sowas mach ich nicht. Nee, bei mir ist es nur 10. 10? Okay. Wohin an alle da zuschauen. Ah, ja. Okay. Junge, guck dir den Loot an. Guck dir den Loot einfach an. Ja, mein Loot-Galexie. Und guck dir den Loot mal an. Nein. Keine Ahnung. Golden Scar, gold Attack, lila Rocker, Granatwerfer, 6 Millis. Junge. Wenn sie jetzt mit Granate verschwindet, ne? Verreck. jetzt kommst du hervor geht lanter schoss ich sehe schon eine granatwerfer schoss okay ich werde das nicht glaub ich wird jump hat abgehauen und dann mit granat launcher aber er hat wirklich wir können abwerfen hat drei schüsse jetzt schon vergeben gg dicker ich meine das essen ich weiß schau dir mal gerade das video an ich denke ich will für weihnachten ein dingster haben der mit pizze hast du schon gesagt und ich denke auch ich bekomme den hast du dir angeschaut wir hatten was im chat geschrieben ich bin nicht mehr wo dir damit sich halt meine bilder halben weg ich wusste ich wusste mit der heutigen weg weg also zurück also halt im beck in der wäse ich habe verstanden weg streamst du wieder wenn er das weg an die da ist er wieder und habt ihr gelästert warum soll ich gelästert haben hat ja wir haben ganz viel über dich gelästert ja die ganze zeit alter was in unseren vorhanden wie schlecht du einfach bist und so der ja ich bin gleich ein schlafen ich bin irgendwie hell nach den körpern der nasen so jetzt müsst ihr eigentlich arena statt public auch du brauchst nicht taurig sein dass wir über dich gelästert haben wo die ok das passiert mal dass leute über die schlössern ok du brauchst nicht anfangen zu heulen zu bild da oder der stadt und blau auflag warum was ist das das lau piste junge er 10 und 20 er 60 hat er wird etwas fett gepusht aber ich habe die tec da übersehen ich bin lustig da er kann mich nicht mehr sehen Das ist die Polizei, der Mann. Let's go, erster Kill, Digga. Let's go, boy. Wollt ihr auch ein Stück Pizza? Du bist so... Nee, Digga. Ich hab eine goldene Kiste. Kiste, was sagst du, was kommt drauf? Ich fühl, da kommt eine Liederneaukos. Und du? Pistole. Pistole, okay. Ich hier, let's go. Oh, oh, oh. Eine leckeres Skali-Bombardi. Eine leckeres Skali-Bombardi. Skali-Bombardi. Moin an alle beiden Zuschauer. Wild, dass ihr am Start seid. Und die Uhrzeit wild wendet und leandere Pump. Wollt ihr auch? Was Pump? Was denn mit Pump? Ach, Edgar. Alles gut. Wie heißt der Andere? Was? Wer ist der Andere? Keine Ahnung, da schreibt nicht rein. Oh, ich bin los, Digga. Ich bin los. Rudi, stell dir vor, ich hab mein Handy neben mir. Es ist einfach mein Handy, Digga. Ich selber bin der zweite Zuschauer. Glaub ich. Was? Ich dachte, da ist Pump drin. Was? Ich dachte, da ist Pump drin. Ach so. Ah, ja, okay. Danke, dass du mitgeraten hast. GG, Digga. Aber da ist einfach ne Skala rausgekommen. Junge Mütze, verpiss ich. Ich stehst du mich. Ich klatsch dich um, Digga. Ich klatsch dich auf den Schreibtisch und stift sich den Arsch. Und der Stream hat halt Verzögerung, deswegen. Was? Der Stream hat halt Verzögerung. Ja, kann sein, dass er Verzögerung hat. Das scheiße an Playstation. Ist ja nicht. Aber ich kann die halt auch nicht mitmachen. Deswegen will ich ja auch ein Ding zu haben. Gaming PC-Digger. Dann kommt da Live, also Abo-Counter oder Live-Counter. Also Zuschauer-Counter. Dann kann ich die Streams nennen. Ja, ne, Digga. Ich hab dann definitiv mehr FPS als du. Ich glaub dann... Oh, es ist andersherum, dass ich dich wohl dann in deinen Streams nennen werde. Ah, ja. So ein Ding. Ich denke, wir sind halt theoretisch so... So, so... Kollegen, Arbeitskollegen und so. Wir geben uns auf YouTube und... Also wir geben uns Abos und so selber, gegenseitig und so. Aber die Streams nennen uns so auch gegenseitig. Das finde ich irgendwie wild. Oh, aber tatsächlich ne Pump in ner Dingster wäre zu wild gewesen. Also so ne lila oder goldene Nauglappare. Junge, dann hätten die Gegner wieder direkt kürten können, alter. Was ich in dieser... Ach ja, ich muss das Video auch noch schneiden. Ich kann auch nebenbei theoretischer schneiden oder nicht, weil ich doch Fortnite dann noch aufhabe, oder? Ja, aber in der Zwischung war nicht. Ja, ja, ich weiß. Das ist mir dann wohl klar. Boah, ich glaub, keine Ahnung gucken. Ist schon jetzt auch mal. Vielleicht schneide ich das auch dann morgen erst... Also gleich erst so um 7 oder so und lab das dann um 16 hoch. Muss ich gleich mal gucken. Oh, lecker, der nimmt wohl mit. Wenn hier jetzt... Ich wollte schon gesagt, von der jetzt Southpacks. Oh, was würdest du nehmen? Flosse, Southpack oder Slipfish? Also jedes einmal. Also zwei Southpacks, einen Slipfish oder eine Flosse. Ich glaub ich nehm so auf Fäckse. So, Southpack sind schlechter als ein Slipfish. Ja, ich weiß! Oder einfach ein Biggie Digger. Dann lieber Slipfish, einen Blüden und Blüden. Okay, das ist die... Okay, wenn der Boss das sagt, dann mache ich das auch. Was ist der Boss, Alter? Hoffmeil nicht. Bei mir sind Gegner. Hast du guten Mut? Es geht. Er nimmt mich, Hopsticker. Er gibt mir jetzt drei Ablösen. Sorry, Digga. Nicht toxic. Und nicht ausrasten. War ich nicht, Digga. Wie langst du schon? Warte, kann ich kurz gucken. Vier Stunden. Alter, Ripp. Eine Minute. Ripp, alter, Ripp. Er gibt mir drei Mal drei Ablösen, Digga. Guck mal, Stream, Digga. Ich war so schnell down. Sorry, überniss Benet. Mit deinem Ohr. Ich hoffe, du hast keine Kopfhörer auf sich hat. Sonst bist du Ripp. Sonst bist du Ripp. Was streamst du denn? Immer noch GTA. Bei mir, GTA hat nicht angezeigt, dass du GTA erzeugst. Mit deinem Ohr. Hm, mein Bestand läuft, was geht. Immer des Abs escucho, Alter. Mann, 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 ey. Ganz raus. Sein Arschler, Alter. runge. ich bringe ihn um ahja erst mal Daumen runter so ja dann voll erst mal 3 Dislikes mit meinem Account du, damit waitest du mich tot für ein Dankeschön ne 10 Likes, Digga Langsam werde ich auch wieder hmmm, Lied hoch da ich setze ab oh Digga, wo geh ich denn hin für Punkte, Alter das Ding, was mir fehlen, einfach 3 Platzierungen fehlten mir gerade und ich konnte nicht mehr 2 Jumphead Playsen, Alter endlich getroffen so das Ding, dass ich ich hab ihn so gesehen er editiert auf während ich seine Wand spitzhacken will also einen auf Outplay, ne so alles gut und schon so die Kirche auf Pam Pam schießt nicht, Digga wenn ich Jumphead, weil er mich gelasert hat, Digga wenn ich Jumphead, Jumphead Plays nicht gib dem mir 3er-Börster, Digga nur Headshots Digga, das war einfach nur zu wild er dachte sich auch nur so Digga, okay, verkaufen ich mach grad nen Überfall ich meine erste Waffe lila mit Sniper Digga also an sich, okay, gut, okay aber ich bin 60.000 was 5 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 4 4 5 5 5 5 6 5 gar nicht ich habe auch gesagt das auch genau ich habe eröffnet goldenes Gartiger und die dann ist leider egal sie kommen so jetzt einfach nur noch ein Leben ein Leben ist in Aya ich werde nur noch ein Lama und dann abfahrt der stelle ich vor allem machte ein Video sie haben wir ja wahrscheinlich wenn es wahrscheinlich hast du er hat einfach gar gesagt aber wahrscheinlich danach selber für erst danach wird in die politischen rauskamen ich hab schon verpackt wo er das dauernd nur gut gut das kann nicht die Gruppe Kostinger von uns gar nicht mehr wir haben nur in der Gart niemals zwei Millionen verloren bei einer von mit ihm zu tun aus diesem Lappen im Endeffekt um ein Gott ich habe zu verkauft meine Meinung zu schauen wenn sie passieren und glaube ich zumindest ich habe ein Prozent die Führungsmaß irgendwo so im status oder so noch mal ziehen habe einfach 10 likes der würde ich jetzt noch mal machen dann würde ich aber noch ein anderer dann würde ich jetzt fähig ich bin gar nicht mehr in mein start ist weil ich die zuschauer so haben will dass sie so und dann kann man nicht abonniert haben das stimmt zwar ja aber so guck mal okay so die so oft wie sich abonniert haben oder nicht zum beispiel ja noch auf die sind ja ja aber zum beispiel so so wie tim oder so manchmal hat er ja kein netz und so und dann ist das ja hilfreich so dann sieht er erst schön okay kommen da kann ich denke zu fünf minuten rein und das von mobilen daten oder so machen verstehst du so nicht extra seine mobilen daten auf youtube verschwenden so status ist sowieso glock aktiviert also dann ist dann spenden wir doch direkt alter stellen wir doch direkt 500 euro wir wollten sogar schon zwei leute mal was spenden mich jemand hat auch gefragt ob ich irgendwas zum spenden habe der mitglied ich so mehr so weit bin ich leider noch nicht es ist die golde kiste nicht schon gesagt haben wir noch eine kiste wäre zu niedriger und lediger bei mir ist ich krieg mit 90 stäger 2 millionen und ein kill hat mir aus dem boot drauf gelasert decke ich hätte den schützen aufwärts von schützen nehmen sollen ich habe einfach mit 90 noch decke habt es auf perx das liegen lassen hätte ich den besseren schützen die kirche sollte man einen nutzer an der gab es gar wie lange tag lila mit 90 spielern ist leichter und viel muss die war ja morgen wieder plus jemanden aus dem boot grad gelasert decke das ist so nervig, ich hätte 2 Millionen mehr kriegen können oh mein Gott, da war der Maradörer Digga ach komm, ich fällt die vielleicht kriege ich den Rocket Launcher dann oh mich pusht wer, glaube ich meiner Meinung nach zuschauen pusht er mich der? meiner Meinung nach zuschauen ich fühl mich nicht wohl Digga ah ne der ist da unten Digga, ok meine Meinung nach zuschauen wenn du das gesehen hast Digga er ist einfach dafür zu selbst, so dumm Digga was? er ist nicht los, oh ja Maradöre. Ich habe mich in seinem Baum verkämmt. Es ging so, aber gerade erst hinter dem Baum und die schmeißen auf einmal so eine Stinkflüge zu mir. Jungs, Maradöre, ich bin schon wieder so low gegen euch, so unnötig einfach. Ja, Digga, gib mir doch noch mehr. Macht man diesmal keinen Rocket Launcher? Safe, Digga. Junge, ich habe mich so hart erschrocken. Ich mache das ja immer mit 80, Digga. Ich habe, ich mache so einen Überfall, ne? Den Nachhinein mit so einem Strixkop, ne? Genau dann kommt er mit rein und sagt, gönn dir. No, ich habe die auch schon verpasst. Hier ist ein Martin, Digga. Er schmeißt sich halt selber mit einer Stink hier ab und freut sich, Digga. Junge, werd doch mal glücklich. Fahr doch um mir selbst. Geht so. Geht so. Ich mache so ein bisschen Free-Kill jetzt, Digga. Ich... Was? Wir wurden runtergeschossen? Ich habe nicht mal den Loot bekommen. Also den Kill, weil wir runtergeschossen wurden, Digga. Dann muss ich mal ganz, ganz schnell los. Wenn uns da runtergeschossen hat, Digga. Wahrscheinlich kennt der jetzt auf mich ab, Digga. Da muss ich mal ganz, ganz schnell los. Was ist mit Yannick? Ah, jetzt bin ich bald Trevor. Dann hinten wo ich rein gebe, Bro. Woin denn mein Zuschauer? Avocado? Nevio? Holen dann alle 3 Zuschauer erst mal was geht, boys? Aber, hä? Nehma, was ist gerade? Nevio, Avocado, Yannick. Hä? Haben wir irgendwo es doch wieder so gelabert? Hast du 3 Zuschauer oder was? ja schon aber es hat von dem niemand so reingeschrieben und wenn es sagt so auf einmal medio bennett und wenn es sagt wenn es sagt so alle namen so jane avokado und so ich habe einen zuschauer kann okay ich hätte es mir sagen sollen kein zuschauer ist das so dass wir zu wissen ja du irgendwann schreiben wir schon rein vielleicht ist das ja auch ein neuer abonnent so der sie noch nicht so viel traurig anzuschauen und ich will was ist denn ich hab einfach 500 dings da, alter 500 AR money 1000 MP gar nicht so ein rocket launcher wäre jetzt noch so, Digga obwohl oder auch nicht, Digga wie bist du? Digga, nein, ich muss mich so machen Oha Jo, Digga, er bekommt jetzt alle Volt schon wieder das finde ich jetzt schon lachen Digga, Digga, alles ich hätte gehen, klopft und jetzt tötest du, ne keine Pussy, alter Digga, was für ein Spaß, der hat rausgesprungen aus dem Auto stecht doch ein hm, hm, hm hm hm, hm 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 die irgendetwas tausend zu 100 Euro und Prost die Spiele 30 Leute so das war halt eigentlich meine Überraschung aber sie hat es schon vergessen mit mir darüber noch zu drehen Dinger Benefocken ja gut schon ich will mit oh mein Gott und außerdem das Ding ist so wenn Leute fragen die oh hast du dir schon mal Porno angeguckt Digga dann sagst du einfach Strip Club GTA was hast du gesagt? so Leute aus unserer Klasse fragen die immer so hast du Porno uns schon reingezogen und dann musst du einfach sagen ich sag mal immer GTA Strip Club Egal Endeschwerte Oh shit ich hab den getrickshuttet oh mein Gott und der hat mich getrickshuttet Kappa und dann und dann und dann und dann und dann und dann Junge du bist doch white alter komm her und dann und dann und dann und dann und das wenn ich Und dann und dann und dann und dann wo sind ном expenditures Der Infernt verschossen, Digga. Ja, Digga, reicht doch auch, Alfa. Jo, Digga, Bro, beruhig dich doch bitte, Alter. Ich hab doch keinen Bock auf Beef mit dir. Ich hab einen Scrappler-Fotten. Alba is. Ja, er kriegt das wieder hin, Alter. Das ist mir Alba is da, Alter. Auf einmal bin ich tot, Digga. Ja, ich auch. Wenn ich hab' ich zu spät gelesen, zu Rediger. Was? Ah, alles gut. Ich sollte mit Stein bauen. 1542. Vielleicht 1580 ungefähr. pitched. Da hab ich dann ... ...ich fühl, ja 1600. Und ich mach's mir noch holen. Das ist ja erst mal mein Ziel noch. Wenn ich die Knacke behende ich mein Stream aus Capa. wenn ich noch bis sieben rotiger dann lege ich mich hin bis 14 uhr ungefähr und schmeiße ich meinen stream da ich gerade gemerkt habe dass mein vater morgen weg ist du gehst jetzt nicht ausgleichen verpiss dich mal was macht mit mir durch ja ich hab doch gesagt sie nur sind noch knapp 3 er vier stunden noch knapp dreieinhalb ungefähr und dann mache ich aus pennen sieben stunden und dann und dann wieder fast tot fang ich mein stream langsam an so um halb drei drei so halt annie später kommt erst der weil ich ja noch den kappen bände an die kasse morgen bock den trio cup zu ich bin jetzt wirklich pennen ja ok dann schau bennett schlaf gut rein brudi johann ist mein sport hier oder gab es alles hier meint die kämen irgendwo ich sehe sie nicht dann gehen wir 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 dann hier ist mit pump mit püsten und schutzvolle ab weil das mein sport hier kann blau tag gewohntiger schatz in grün oder blau tag ich denke die ganze Zeit du zockst fort mit alter ich denke die ganze Zeit du zockst fort mit alter ich mache mal ein tag gta stream und gucke wie der ankommt so keine ahnung wann irgendwann so ich gehe immer mit der menschen gtr stream und wenn der gute ankommt dann gehe ich glaube ich auf GTA auch wenn dann meine community stress hat oder stress will an sich so halt verstehst du so dass ich will und so aber digga man hat gerade gesehen dass ein abonnent einfach dazu bekommen hast du ein glimmans abwärter oh mein gott das ist wieder wahrer dörter Digger Jodl Digger ihr habt wieder das ist immer so reihe ich habe nicht mehr zu leid Jodl Digger vom Stift ich habe so wenig ich habe wieder guckte man hat immer an ja ich habe einfach und das sicherlich auslöpst du und damit ja ich hab gesehen in der innengrund des links über die im Schatten wenn er steht auf einmal wieder auf da kommt er die nicht es wäre nämlich auf 72 hat hier und der schießt die gabin mit der verzählen ja jetzt weiß wer mal länger weißt du was sie irgendwie so scheiße aber auch gut an der arena finde so so das gute in arena wenn du den kills kriegst du 50 metz und also von jedem 50 metz und 50 leben so aber ich finde scheiße dass wenn du jemanden killt die 50 metz du dann nicht im inventar bekommst sondern dass sie dann beim gegner liegen so am anfang so verstehst du das ist halt irgendwie dann scheiße der ja so dass wir dich wohl verbessern wollen das einzigste aber auch an arena so und dass man manchmal so ein bisschen geld bekommt sozusagen ein das ist nur ohne 2 ich glaube ich muss mir zu spüren was hast du gesagt junge red mal deutsch alter nicht spaß redner lauter bitte ich meine das ernst was hast du dann gesagt Junge sag jetzt er will sich nicht anfreunden einfach umbringen bist du mein zuschauer wo ist der hin boys oh mein gott habe ich Angst dann moinern mein zuschauer ich hab gern was in den Tread zuschauer ich schwöre ich bin es nicht ich bin hier und GTA suchen äh ein GTA alter von Fortnite ich sollte grad sagen das ist aber kein GTA ja 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 Và Warte Zeit zum Schauern Ja einer bin tatsächlich jetzt ich und vielleicht hast du eigentlich die einfach dicke ähnlich war den einen stream der den zehn minuten stream von dir ich sagte das das bringt dir unglück auf dem kanal der gar so dann sind die arzt hin und haben nicht so einzuschauen ja weil ich gerade gegangen er gibt mir den lakino scope digger wieder meine tippe allerdings war eine p90 digger nicht Ich guck nicht gleich. Oh mein Gott, ich hab den mit den Dingser mit Granatenwerfer-Typter. Diesen Panther. Oh, Digga, jetzt sind Maradöre bei mir, Digga. Mann. Ich bin down wegen dem, Digga. 40 HP. Kann man nur von Maradöre auslärmen und so schlecht. Junge, sag mal bitte kurz, ich muss mich verzentrieren, Digga. Fuck, Mann. Jetzt bin ich wahrscheinlich down wegen der Zona. Ich hab nur noch 40 HP. Junge, auf einmal kam der Maradöre. Ich hab mich ultra erschrocken, Alter. Toll, und den Granatenwerfer hat er aufliegen lassen. Für eine P90? 90, so eine, Digga. Ja, so ein Mann. Oh, da, um nicht mehr, Digga. Das nehmen wir mit. Nee, aber ich hab mich gerade so erschrocken, Digga. Ich hol ihn so. Auf einmal werde ich angeschossen. Ich denke mir, so geht nicht. Ich baue so mein Leben. Auf einmal stehen in mir, in meiner Box drei Maradöre, Digga. Ich hab mich so verjagt. Aber Mythische kommt easy da. Und P90 hab ich das auch. Ich hab auch nicht zu dir klein. Ich hätt die AR-Money vielleicht noch aufheben sollen. Aber Digga, mit diesem Maradöre war anscheinend nicht zu spielen, Alter. Ja, die waren so aggressiv. Die haben mich von, ich glaube, von 150 HP oder so, auf 40 HP geschossen, Digga. So, ich bin jetzt ein Freakle, Digga. Apropos Freakle, Digga, sehen Sie mich nicht, bitte. Okay, er hat mich gesehen. Okay, dann komm, Faltin, Digga. Ah. Ich bin auch in Deckung. Oh mein... Ich bin tot, Digga. Was ein ehrenloser Hund, Alter. Komm, drei Platzierungen, Nick. Schaff das. Drei Platzierungen noch durchhalten. Ui, das ist ein starker Waffe. Ich bin ein Fall damit gesch... Ich bin ein hart und in ... ... ... ... ... Ist ja gar nicht gefährlich. Egal, ich hab 25, 100 Punkte, minus 40, 60 Punkte, gut gemacht. Ist gut. Ich komm gleich mal wieder. Ich komm gleich mal wieder. Ach, ich will schlafen. Benet, bist du noch da? Ich komm gleich mal wieder. Wir sind gerade in der Rundenegg. Ich komm gleich mal wieder. 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 Ne, ich glaub, du hast ein Abo dazu gemacht oder so. Junge, ich hab 87 Abos. Was, 80? 87. Oh, Mann. Ich geh den so wegschnipen. Ich seh's. Ich schnapp den weg. Komm. Warum schnappst du den nicht? Hm, hm. Ja, ich guck mal nach. Ist wie? Ja, Digga, wahrscheinlich. Ich glaub, dann wendet dich doch keiner. Sorry. Aber denk dran, irgendwann kriegst du deinen Wait auch noch. So, jetzt auch nicht fünf Zuschauer. So, ich guck immer so, ich guck immer so, ich mach das jetzt schon, seitdem du mich geradet hast. Seit dem Abend mach ich das. Ah, fuck, ich hab's geklappt. Was? Ich hätte das vorher töten müssen. Hast du mir die ganze Zeit nicht zugehört? Äh, was? Doch, gerade schon. Findet's mal. Du willst, dass nicht jemand trägt. Will ich das? Weiß ich nicht. Ja, nee. Erst, wenn ich meine 100 Abos habe. Nein, Spaß. Hast du mir das gerade ernsthaft abgekauft? Was? Uff, los, Digga. Siehst du aus? Und wenn du die 100 Abos vor mir machen solltest, Digga, ich gönn dir. Bei mir sind schon wieder Maradöre. Junge. Was ist das? Ich habe jede Runde bei mir Maradöre. Okay, ich feiere Maradöre. So wie ein Rocket Launcher, Jagdgewehr und so. Aber, boy. Why jede Runde? Verpisst du mich mal, Maradörere? Das meine ich halt. Das meine ich halt. Deswegen fack mich die Maradöre ab. Weil dann ein Gegner kommen kann und ich ganz easy weggazern kann. Hör auf den Boogie-Bong zu tanzen, du bist. Der hat weggesnabt, Alter. Ich muss den Maradöre trifft, der Digga. Mein Gott. Ey, Mann. Ich bin nicht gut. 4 Uhr. Läuft. Ich seh ihn nicht. Oh, da. Ich seh ihn nicht. Was geht? Early Games. Moin Zuschauer, was geht? Herzlich willkommen zu streamen. Was wäre, wenn ich den Hörgert einfach zu schießen würde? Musst du nicht mal langsam hier rein? Nevi, ich mach die Nacht durch, nur mein Enkel zu zum Anmerken und Kilian auch. Wir machen die Nacht durch bis 7 Uhr circa. Ja, Alter, ich hab nicht getroffen. Ich hab nicht getroffen. Hast du mal meine Abos gesehen? Der war 87. Einfach nur wild. Digga, ich weiß selber nicht, woher die kommen, ne? Ja. So, ich hab gerade drauf geguckt und sehe einfach 87. Ist jetzt der Armee wieder bei dir? Hä? Was, Armee? Ah ja. Ne, wie ist bei mir? Und das Ding ist so, ich guck auch bei Kili, er hat auch auf einmal 3 Abos mehr. Ich auch. Beide haben einfach 3 Abos mehr. Einfach nur wild. Ja, den Bennet. Hä? Den Bennet. Nein, nein, nein. Ich ja nicht. Digga 87 einfach. Doch, er hat 3 Accounts. Nein, aber er hat nur dich damit abonniert. Mich hat er damit schon längst abonniert. Ey, Nevi, wann machst du jetzt eigentlich Werbung für mich und Kili? Das Ding ist, weißt du, was ich so lustig finde, er schreibt, musst du nicht mal langsam hier Haier machen. Ist ja nicht so, als wenn er ein Jahr jünger als ich ist. Nein, ist ja nicht so. Oh, nee, wie alter. Du bist es wieder. Wenn hier jetzt noch mal Maradöre sind, ne, dann lade ich hier nie wieder. Digga, wenn ich mal wieder öfter spiele, du Geier. Ja, normal Digga, wenn man schon so wen im Clan und so hat und einen Freund, why not? Ja, da fallst du deiner Mutter oder zu dein Vater, wo du dein PC hast und Jalla schmeißt einen Stream an und schön uns in der Videobeschreibung und jede 20 Minuten verlinken. Abfahrtdecker. Solltest du es nicht machen, dann kriegst du Stress, der Hund. Aha. Oder Kili? Dann kriegt der Hund Stress, oder? Oh, wieder goldene Kiste. Wieder goldene Skar. Ja, waterfroop. Reise. Es ist ein Lila. Mein Name. Oh, mein Name du hast also die Mutter oder das Blatt an. Das war's für heute. Ja, Nibi, aber kannst du uns ja trotzdem verlinken, hab ich gehört, ne? Ja. 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 Ja, wer hat das zu wählen? Ja, er hat 600 Abos, Digga. Und er sagt, ähm, Schild, Bruder, what the fuck, ich hab 600 Abos, was willst du das Geiern? Ähm, vielleicht die 600 Abos. Ich lass mich jetzt sterben. Weg mit der sich. Ich hab halt noch keine Schrotwinte oder Takti-kel. Im nächsten Moment bekomm ich eine. Ja, moin. Äh, auf einmal krieg ich einen Takti-kel und einen Schrotwinte. Äh, nächst mal die Nachricht davor. Will Kilo Trio, dann würde ich nochmal onkommen. Kidi? Äh, ne. Ne, er will nicht, Digga, das ist ein Langweiler, wie immer. Nein, Spaß. Ne, Kidi will nicht wegen Internet, Digga. Aber warte, ich kann ja mal gucken, ob ich noch wen habe, der online ist gerade. Warte. Ähm. Warte, 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 warte. Ne, alle offline. Kidi? Komm, zock noch ein bisschen, Arena, Digga. Ich sag dir, du machst auch keinen Verlust bei Negi. Ja, bei ihm vielleicht nicht, aber bei meinem Internet schon. Nein. Ich streame schon eine Stunde, GTA. Ich streame jetzt schon vier Stunden. Warte, ich kann es dir auch sofort genauer sagen. Ich streame jetzt... Nein. Falsch. Ich streame jetzt schon fünf Stunden um fünf Minuten. Moin. Ja. Vier Uhr. Es geht darum, dass du Punkte machst und ich bekomme auf den anderen AC, okay? Äh, dann Punkt A, adde mich und Punkt B, Kili, Digga. Kili ist das Problem. Klär das mit Kili. Geh zu ihm in den Stream und klär das mit ihm. Oh, jetzt so gefällt mir das aber nicht. Ja. 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 Kommt in den Stream und schreit. Äh, kommt in den Stream und schreit. Hier raus. Ihren Mann? Ey, doch, komm, das Arena. Was ist denn hier, wenn wir uns? Was ist denn hier, wenn wir uns? Jetzt habe ich schon sechsmal durchgespielt. Ja, komm, du, sind nicht richtig. Ja, weiß nicht. Du hielt dich nicht, Digga. Lass mich doch mal umgehen, Alter. Oh mein Gott, Digga, was habe ich für eine Reflex? Alter, was habe ich für eine Reflex gerade gehabt? Ich glaube, er will nicht. Willst du jetzt oder nicht, Kili? I don't know. Es geht dir darum, um Stream mit Sicherheit, ne? So, das verstehe ich halt, so die ganze Zeit, dieses Hin- und Hergewechsel, aber... Du hast eigentlich dich auch von Anfang an so für Vort, Alter, entschieden. Ja, schon klar, aber trotzdem. Wie viel von was ist der denn da? 400 Metall, ja, moin, Digga. Hat nicht. Dann bringt so eine... Okay, das hat niemand gesehen. Was? Egal. Der hat... Oh, jetzt. Diese Basin sieht doch schon besser aus. Obwohl... Jetzt. Obwohl... Jetzt. Ja, jetzt sieht die Deknativ besser aus. So, dann... Das haben wir wieder bei dir. So, dann machen wir das dort, so. Hier haben wir es auch. Nicht? Ha? Es ist ein Last-Armel wieder bei dir. Ja. Hier aber, er sagt, im Titel schreiben, Trio mit Pros, beziehungsweise sechs, pushen und Titel schreiben. Ja, stimmt, Kili. Dann, dann kriegst du auch, glaube ich, Zuschauer, Digga. Aber es ist ihm überlassen, wenn ich verzocken will, oder nicht? Okay. 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 Okay, da ist wer im Turtel, da ist wer im Turtel, auf dem Berg noch niemand, links von mir auch nicht, der kommt glaube ich, oder? Ja, ich habe keine Ahnung, ob Kini kommt, Digga. Ich habe den Stream beendet. Also kommst du? Hm. Hä? Es kommt eh gerade keiner im Stream, keiner hat den beendet. Komm, wenn du so negativ schon darauf reagierst. Okay, moin, was geht ab? Ey, Alter, bei mir sind schon wieder Maradern. Wir spielen Arena. Oh mein Gott, Digga. Ah, da haben sie eh. Und ein Gegner mischt sich ein. Ich habe es gesehen. Was hast du gesehen? Wie sich die Quackengegner eingemischt hat, versucht hat einzumischen. So, let's go, Digga. Ey, Kili, guck mal mein Nut und so. Kann ich zugucken, ist aber eh nur. Aber lass bitte Kriya da vor, weil ich muss nach meinen Einstellungen angucken. Ja, ich will mich auch hier kurz dann für Arena einzocken, aber wirklich nur 10 Minuten höchstens, Alter. Warum? Kein Bock so richtig sonst. So, Arena ist halt, so, da kannst du dich nur für Turniere oder so in Kriya einspielen. Schreib mir mal dein Epic. Äh, Kili, äh, ne, geht nicht. Du kannst ja nicht, oder? Äh, guck, äh, ne, ist schon weg, der Shirt um, weiter. Warte, ich schreibe ihn rein. Verpiss dich, Alter. Geh vor mir weg, Freundchen. In mein Epic kann man nicht reinschreiben. Na klar gewinnt er das wieder, Wecker. Weil ich komplett verehme. Egal. Egal. Moinigigig. mit drei Zuschauern. Moinan, alle Digger. Wie viele Punkte habe ich gerade eigentlich? 4.500. Schmeckt. Gleich circa 1.000. Wie viele sechs habe ich gerade? 11. Okay. Dein Kitty-Live-Story-Modus hat einfach 24 Aufrufe. Hast du eine Anfrage gekriegt? Nee, noch nicht. Corona ist da. Corona ist da, Digger. Beste. Was ist mit Corona, Digger? So heißt er. Corona ist da. Und diese will, Digger. Digger. Oh! Oh! Und Online. Corona. Corona. hallo 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 oh wir sind in Partie es geht ablaufen kommst du Partie was Partie 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 ja erlaubt mich ja bin grad gelieft Digger eh ja egal egal dann bleiben wir einfach ach ne dann gehen wir doch nicht bist du jetzt schon drin Herr Corona wer ist der Herr Corona es geht ablaufen wieviel Arena Punkt hast du auf dem Account ja 3.600 aber das ist äh ich hab den Account einem anderen gegeben wir zweiter für aus und er bei seinem Account kriegt er es nicht hin ok und deswegen ja spiel ich eigentlich immer was sagst du so zu mal August was sagst du so zu mal 87 August morgens sind die eh wieder weg morgens sind die eh wieder weg euch gesagt ja ja ich schick's einfach nicht der eine der mich einfach gewendet hat ne so der wir haben ja auch was abgegeben und so und dann auf einmal so am nächsten Morgen von 86 83 ich hab mir nur so ich hab mir nur so ich weiß jetzt gesehen Digga oi das Ding ist ich weiß meine Sens nicht auf dem Kopf deswegen äh muss ich gucken ja 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 Nein. Nice pickaxe. Danke. Zeig mal. Der konnte da gar nichts. Zeig mal. Äh. Richtiger Wobbinger. Achtschimmer hier kurz. Schlaf mal kurz noch nicht. Ich werde jetzt wahrscheinlich reinschneißen. Junge Lara, bin ich doch nicht da wohl wieder voll, alter. Ja. Und nein, ich bin nicht toxik, Alter. Toxik. Das leckt. Aber auch nicht. Leckt es jetzt oder nicht? Bin mir noch nicht sicher. Ja. Wenn... Wenn... Wenn ich... Wenn ich so nähle, dann schon. Er hätte ja keine Ahnung, was mir da kommt, oder? Keine Ausrede. Ja. Auf keinen Fall. Ja, ich weiß ja, da... Ich wollte mich... Äh... Ich hab' schon wieder Flugzeugballs. Ich hab' schon wieder Flugzeugballs. Weil ich hab' mich vorhin verguckt, ne? Ich hab' keine, äh... 6.700 Punkte in der Rede zu nehmen. Äh... 6.000 Firmen. Wow, Digga. Wie diese 300 Punkte? Egen. 250. Nicht mehr drunter schießen? Nein. Ja. Ja. Ey, wie macht denn ohne? Ich geh' Juhu. Digga, guck' und stream' da waren. Wann, du kleinen... Ja. Nude. Ey, guck mal, wie lustig bin. Sind das nicht deine Haupteinstellungen? Was? Sind das nicht deine Einstellungen? Ja. Na, ich weiß es nicht. Ich wollte mir die, äh... Fertig auf jeden, aber ich glaube, die kannst du gehen. 400 Metz. Ja. Ich muss mir nicht sagen, weiß ich, danke. Ich hab' halt immer einen Anzug auf sie gehört. Oh, fuck. Ich hab' halt jetzt die ganze Zeit GTA gespielt. Ich hör' die Antwort! Oh, der pre-edit, oder? komm was passiert das zweimal bis zehn spielen dann ja 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 für dich aus bis wie viel machst du heute auf mich direkt ich frage ihn du sagst du sagst hey kommst du weg das ist mein kündiger heißt du weißt du gehst du gehst du gehst du gehst wir haben uns auch nicht abhängen wie er mir abgestockt hä einfach durch die treppe kurz hauptsache an der stelle die gar meine fresse schabos ist ich glaube kilian ist auf was glaubt kilian ist auf sein internet ja moin was aber schon über genau den schnellen haben noch nicht gesehen der namens ist es zu geben joker kronen die sind ja er war noch bedächtig die große Klappung glaube ich geht der nicht irgendwo rein? hast du dein Handy wieder aus? du hast so geschluckt abstaun du hast gesagt, was ist denn los? wie er nur abstaunen kann äh, darüber reden wir nicht ich denke die ganze Zeit, du bist über mir, äh unter mir das sind definitiv nicht meine Cents, Digga ich werde so langsam so mach er mit, oder? Junge, ich hatte Messer, war uns schon über den Ping oder so, hatte gar keinen Bock, alter absteun ich gab es nochmal ich habe so, was? beiden Seiten die Clan-Auführer ja mhm das Ding ist, ich weiß dass ich gerade lost bin aber falls so findet sich schwierig für eigentlich besser meiner meinung nach wenn ich nicht von ihnen einreden als du noch nicht gesehen hast die studie weiß ja nicht auch im stream glaube der ehre danke für die antwort nicht mehr gebühren bisschen ja ich hab meine erledigt mir gefällt nun und so schlecht Klappt was da hinten. Ja, einfach nur mit deiner Box. Shit. Lächerlich. Digga, das sind viel zu schnell... ...schnelle oder langsame, ich weiß nicht. Also unterschiedlich sind. Ah, klar, ja. Und du kannst auch nichts anderes außer runter schießen, oder? man kann ich nicht und nur gemacht wird das sein nachzunehmen schießt nur beide komplett runter am Ende so und schützt er soll werden Das war's für heute.